So, ähm, wow, wo habe ich denn hier plus 7 auf Rettungsschwürfel her? Was war jetzt der Plan, wo gehen wir als nächstes hin? Äh, als nächstes wollten wir, glaube ich, die Goblins machen. Also sprich, die Hauptquest. Okay. Also ein Goblin-Nager, oder was? Ja, ich glaube, das wollten wir als nächstes machen. Wolltest du nicht das Goblin-Nager erst zum Schluss machen, oder so? Nee, nee, als nächstes wollten wir die, äh, Hexe machen, weil ich mir vorher gerne das Auge rausnehmen lassen wollte, um beide Augen zu verlieren. Ähm, hier oben gibt's auch noch eine ganze Sache hier in, ähm, ähm, im Norden, da wo das... Oh, so, ja, wir können auch, wir können auch das brennende Haus und das Underdog machen, das geht auch. Das Underdog würde ich, äh, mir wäre es am liebsten nur das Underdog passend an den Zweidnacht, also das war auch aus dem, so aus dem Underdog in den Zweidnacht starten. Äh, nee, den Zweidn, den Zweidnacht, den machen wir über den, äh, Bergpass. Okay. Gibt's nicht einen Eingang über den Zweidnacht, äh, über das Underdog in den Zweidnacht, oder...? Doch, gibt es, aber, dann skippen wir halt wieder den Himmelspass, weil das kannst du nur erreichen, wenn du halt den Weg nimmst, statt durchs Underdog. Aber dafür können wir halt das ganze Gebiet schon mal machen, inklusive allen Quests und so weiter, was bedeutet, es ist deutlich sinnvoller, es einfach so zu machen. Also, jetzt unten, wenn wir jetzt zum Goblin, also ich würde jetzt lieber zum Goblin-Camp gehen. Ja, dann gehen wir zum Goblin-Camp, kein Thema. Aber können wir das irgendwie schaffen, dass das irgendwie, dass wir nicht gegen die Goblin-Fluge kämpfen müssen? Nee, ist übrigens ein mysteriöses Loch. Wenn wir uns den anschließen, ja. Also, wir haben uns ja immer noch nicht entschieden, ob wir uns anschließen, oder nicht. Ich hab ein seltsames Buch gefunden. Und mit einer Öllampe habe ich gefunden. Reib an der Öllampe. Nicht ein Trac von Magie an dem. Keine Stufen Magie. Sich die Magie, was du... Erst mal untersuchen. Ja, ja, vielleicht kann... Vielleicht kann unser Magier das ja machen. Lesen. So. Okay. Okay. Ähm, ich hab grad das Buch geöffnet und da war ein If-Bank drin. Also ein... Ein Getränk war da drin in dem Buch. Ähm... Das ist merkwürdig. Das funktioniert wie eine Truhe, das Buch. Ähm... Da kann ich Sachen reinpacken in das Buch. Ich kann Zeugs ins... Teriöses Loch. Ha. Ich hab da grad ein paar Schuhe reinsteckt ins Buch. Ähm... Hat es nur einen Slot, oder hat es viele Slots? Ich würd's mal ausprobieren. Ähm... Steck da mal mehrere... Steck da mal Bücher rein. Steck Bücher in das Buch. Ähm... Nö, da kann ich vieles dran lagern. Ich lag an dem... Okay, dann ist es eine normale Kiste. Ansonsten hättest du nämlich eins von diesen Kombinations-Items sein können. Ich lagere an dem Buch mal einer meiner Bücher. Das macht... Das bringt Sinn. Es ist ein Book of Holding, wahrscheinlich. Es ist ein seltsames Buch. Das Buch wiegt merkwürdig leicht in deiner Hand. Fast wie hohl. Steht da dran. Ich kann da... Ich hab jetzt zwölf Items drin versteckt. Ähm... Briefe kann ich auch reinpacken. Ich kann da ziemlich viel reinpacken in das Buch. Und verdammt viele Bücher drin. So... Mal das Inventar ein bisschen sortieren. Weil sonst wird's lästig. Wenn's nicht in der Tür klingelt, du musst die Aufnahme geben. So, wo geht's lang? Das müsste das Loch haben wir untersucht. Okay, ich kann tatsächlich noch springen. Gut, ich konnte mich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht mehr springen. Das wäre schlecht gewesen. Aber... Gut, dann geht das in den Lager. Warte, ich muss mal kurz was in die... Soll ich die vergoldete Truhe ins Loch stecken, oder? Ich würde gerne noch was in das Loch stecken. Du, wir könnten... Handtücher... Wir können... Achso, in... Warum willst du was ins Loch stecken? Da ist offensichtlich was ausgegraben worden. Im Ost-Prinzip. Steck mal ein Tuch ins Loch. Hier, ne Flöte. Kann ich Kahlach geben. Wollen wir Lager oder wollen wir ins... Zum brennenden Haus? Erst zum brennenden Haus und dann zum kommenden Lager. Würde ich sagen. Können wir auch machen. Gut, dann machen wir erst das und damit... Weil wir können auch vom... Wir gucken mal, wann wir runtergehen. Du weißt, wo es lang geht. Nein, da rüber geht es. Über die Brücke. Ich weiß, ich habe nur geguckt, ob da irgendwelche Secrets sind. Ja, da unten gibt es ein bisschen was. Da bin ich schon mal runtergefallen. Da kann man... In die Wand kann man da runterklettern. Dann gibt es da unten noch... Keine Ahnung, was da gibt. Ich glaube, eine Truhe war da noch irgendwo. Okay, die hole ich mal. Moment. Ich bin... Weil ich bin da mal mit meinem... In meinem Spielstand bin ich... Hier, Modi. Hier. Wo? Hier geht es runter. Da... Da bin ich... Ich kann auch einfach runterklicken und gucken, wo er lang klettert, aber... Weil ich bin da mal... Also in meinem ersten Spielstand bin ich da... Hier nicht rübergekommen. Da war irgendwie... Einer meiner Charaktere war zu... Schwach, da rüber zu springen. Aus irgendeinem Grund. Deswegen... Selbst Magier können da rüber springen. Oh, hier gibt es ein paar... Gibt es ein Schuppenpanzer, ein Schwert und ein bisschen Geld. Soll ich die mitnehmen, den Schuppenpanzer? Können wir gut verkaufen. Wer auch immer sie waren. Sie haben ein Gritlesschner, die sich jetzt nicht benutzt. Oh. Gibt es auch tolle Sachen. Wie hätte ich genommen? Da ist ein Peridotring drin. Kannst du da haben. Aha. Brauchst du eine Schuppenpanzerrüstung? Nein, ich... Keiner meiner Charaktere kann Rüstungen tragen. Wenn du irgendeine verzauberte Kleidung findest, dann sieht die Sache schon anders aus. Kallach hat noch die Rüstung des Heckenwanderers an. Ja, so. Autsch. Ich habe Schaden gekriegt. Ups. Da ist wohl ein toter Goblin von der Brücke gefallen. Hier liegt auch noch der Pass der Brücke, der da oben hingehört. Und hier unten geht es noch irgendwie lang. Da gibt es noch... Da gibt es noch einen Weg. Hier kann man über die Rampen hoch. Hey, hier hast du was übersehen. Du hast... Dann nimmst du doch mit. Du hast einen Wurf geschafft. Hier ist ein flacher Stein. Ich bewege den flachen Stein. Okay. Darunter war ein Blutstein. Ja, die Beschreibung davon finde ich ganz interessant. Ich glaube, die Beschreibung von dem Blutstein ist... Ähm, wie war das nochmal? Je länger du... Also kannst aus jedem Stein Blut quetschen. Das kommt nur darauf an, wie du Hartzgrün drückst. Oder so in der Art. Uh, in der All-Person-Schriftrolle. Nice. Hier ist ein Skelett. So ein Festhalten. Und ich habe Dumbledore's... Ich habe Dumbledore's Ring gefunden. Den... 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 Den Steiner der Auferstehung. Ein Schmuggler-Ring. Heimlichkeit plus zwei Finger, Fertigkeit plus zwei Charisma minus eins. Brauchst du den Ring? Es bringt die Charisma minus eins. Und eine Silberkette. Ich meine, es gibt Geschicklichkeit plus eins und Fingerfertigkeit plus zwei. Heile kann ich brauchen. Kann ich auch brauchen. Verdammt. Ich habe eine Trauerhalskette. Okay, und wo geht es sich hier jetzt lang? Heimlichkeit plus... Ach, hier sind wir jetzt wieder in dem Haus. Jetzt sind wir hier bei... Im Kalachhaus. Jetzt haben wir am letzten Stream schon aufgeräumt. Hier waren die Gnolle. Geh dann schon mal weiter. Ich war noch am Dingens machen, am Sachen tun. Und Dinge. Haben wir die Gnolle schon gelootet? Die Gnolle haben wir schon. Ich habe nur Ohren. Ja, die eine Special Waffe, die es oben gab bei dem Boss, habe ich schon mitgenommen. Die ist aktuell ausgerüstet. Also hier ist noch ein Mistenfeuer und eine Abendbrust. Eigentlich ein Mistenfeuer ist gut. Das kannst du mitnehmen. Liefert mit mir die Kiste ungeöffnet. Lest den ersten Satz erneut. Liefert mir die Kiste ungeöffnet. Wenn ihr sie öffnet, werde ich es wissen, denn dann seid ihr tot. Das ist keine Drohung. Das wird passieren, wenn ihr die Kiste öffnet. NF. Da hat nur die Flasche nicht öffnen. Alles gut. Ich nehme eine Hyäne mit. Und noch eine. Kalachsionsüberwahrer. Ja, aber ich habe sehr viel Stärke. Ich eigentlich auch. Wenn ich Paladine bin. Dann wirf was weg. Paladine müssen, Paladine müssen nicht auf Stärke gehen. Aber ich bin Drachenblut, deswegen habe ich auch nicht, ich habe glaube ich von Natur aus ein bisschen Stärke. Nein, hast du nicht, es wird mit Tashas Regeln gespielt, das heißt, die Werte sind so abhängig von der Verteilung, nicht von der Rasse. Aber ich kann ein bisschen mehr, ich bin irgendwie... Nein, das ist einfach gut auf Stärke. Das ist einfach gut auf Stärke gelevelt. Okay, hier ist, glaube ich, das brennende Haus hier. Ich dachte, du wolltest zu den Goblins. Ja, danach. Achso, gut. Erstmal rennen wir hier auf und danach. Smooth, etwas brennt. Ich rede mal mit dir. Ich auch. Hey. Ähm. Wer redet jetzt? Ich weiß es nicht. Warum steht Astarion neben mir? Okay. Ähm. Siehst du schon irgendwas im Dialog, oder? Ja. Nur redet. Ich rufe dir zu. Was? Achso, jetzt bin ich. Wir gucken uns gegenseitig drunter, aber ich bin dran. Ähm. Auf das Ende des Gebets warten. Die Toten sollen geehrt werden, wie es... ihr eigentlich gebetet. Ja. Siehst du auch was Astarion nicht gegen ihr steht? Ja. Der steht ein bisschen auffällig neben ihr. Ja. Er sollte niemals hier in der ersten Platz gewesen sein. Ich bin derjenige, der ihn in die Führung zu erinnern hat. Ja. Ich bin derjenige, der ihn in den Baum macht. Auch bei den Daumen... Oh, das ist ein super-gemerkende Dramatist. Ich geh Leute retten. Moment. Ich hab meine Zwischensequenz gestartet. Ja, ich gucke, dass ich den Typen hier drüben rette. Die flammenden Fäuste helfen und sie anführen vorwärts. Hurra. Ja, Netz 20. Ich hab sie ordentlich angefeiert. Ich trete die Tür mit meinem Fuß ein. Ich hab sie nicht angefeiert. Ich hab die Tür... Ich bin durch die Tür gelaufen. Aber die Tür ist immer noch da. Was zum... Ah, jetzt ist es offen. Okay. Die vordertür ist offen, Moni. Das ist schön. Ich hab hier den Typen gerettet in dem anderen Haus. Der Großherzog. Äh, bin ich jetzt im Kampf oder was ist hier? Ich bin im rundenbasierten Modus. Was ist passiert? Ja, weil du... du hast Umgebungsdinge. Ich darf aber zuerst agieren, offensichtlich. Ich darf aber zuerst agieren, offensichtlich. Ich bin in dem anderen Haus hier. Ich höre dich! Bleib wo du bist! Okay. Geh den mal hinterher. Ich habe dich zum Vorlesen mitgenommen. Nein, bloß nicht. Hier brennt alles ab. Zu spät. Hier drüben war... ich erinnere mich, hier drüben war noch ein Typen, den wir retten können. Ah, hier ist... hier ist die... die Beraterin Floric. Die können wir... die sollen wir retten hier. Die Beraterin Floric gerettet. Das ist eine wichtige... wichtige Karte. Feierabte Nummer... 846. Ich nehme sie mal mit. Ich nutze sie noch ein bisschen. Hier ist nichts. Pilze. Ja, ich gucke mal, ob ich... ob ich was habe, was ich verschmeißen kann. Und hier nicht in den Milch arbeiten. Ich mache Betten kaputt. Ich kann da hier... kann ich hier noch ein bisschen... Nicht, dass das nötig wäre. Hier ist ein Typ, der gerade verbrennt. Achso, ne, das bist du. Hier ist ein Typ, der gerade verbrennt. Achso, ne, das bist du. Das ist ein Typ, der gerade verbrennt. Weil ich zu spät kam. Traurig. Traurig. Ich bin blind. Okay. Ja, wegen dem Rauch. Ich komme nicht mehr raus. Ich sterbe jetzt hier im Haus. Ich sterbe jetzt hier im Haus. Ich habe eine Zwischensequenz. Was soll denn im Grund? Ich bin blind. 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 Aber keiner ist mit mir im Haus. Nein. Ah. Oh. Ich bin blind. Mache. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Rescue Ravengard von seinen Drow-Kaptoren. Der Kanzel wird euch für eure Erdbeeren. Kann ich mir glauben, dass ihr es durchsehen könnt? Und jetzt das sollen wir sagen. Mhm. Ich werde nach Westen reisen und Herzog Ravengard retten. Ihr müsst euch jemand anderes für die Aufgabe suchen. Und gerade mehr Vertrauen. Ein Champion ist wahr. Er ist die invisibliche Macht, die das Boulders Gate zusammenhält. Ohne ihn hat die Stadt ein Verlust. In Wahrheit habe ich Angst, dass das die Intention von denjenigen, die ihn abdukt haben. Mhm. Ja, warum kann ich mir etwas sagen? Bei der Zeit der Hilfe kommt, könnte es zu lange sein. Du bist der Herz von einem Dragen und der Wille von einem Heroin. Sag mir, ich kann auf dich beten. Danke. Und wenn du dein courage verletzt, erinnere dich der Duke. Geh. Du solltest du den Drow-Kaptoren auf den Drow-Kaptoren. Ich suche Reinforcungen und freue mich, wenn ich kann. Fist, um zu arbeiten. Oha, ich habe eine Belohnung erhalten. Ähm. Spitze Stellen. Schockschießer oder... Ich kann, ähm... Ich kann, ähm... Dreizack, einen Bogen oder einen... Zauberstab nehmen. Ähm... Nehm, was du möchtest. Spitze Stellen. Elektrifiziertes Blut. Wenn der Träger Schaden mit der Waffe bewirkt, erhält er zwei Blitzschaden. Uh, das ist gut. Geh, ich kann die Magie absorbieren. Vielleicht kann ich das gebrochen. Du hast doch gesagt, dass ich Sperre und so weiter. Ist die Führung dann. Ähm... Genau, Sperre sind ziemlich stark für dich. Weil du kannst dir halt auch zweihändig führen. Was sinnvoll ist... Oder ein Dreizack oder was auch immer das ist. Ähm... Es gilt als Sperre und Stangenwaffe. Zumindest... Sechs bis neun. Geh ich davon aus. Aber das Immoglücklinge ist immer noch stärker. Also... Ist vermutlich nicht wirklich stärker, weil die macht Feuerschaden und nicht Blitzschaden. Und Blitzschaden hat weniger Resistenzen als Feuerschaden. Also meinst du dich soll die ausrüsten? Ich würd sagen ja, vor allem... Du wirst halt auf zwei Hand Stangenwaffen gehen, weil das nämlich die stärkste Kombination ist, die du haben kannst. Ich versuch hier grad mal eben draus zu kommen. Ich brenne grad ein bisschen. Naja, ich loote mal noch so ein bisschen hier drüben, ne? Spitze Stellen. Vier bis elf Schaden. Hm. Allein vom Schaden hat die Immoglücklinge halt mehr Schaden. Und gut. Okay, ich muss mal kurz. Ähm... Ich bin kurz weg. Ist gar nicht... Ich bin nicht zurück Talk. Vielen Dank. 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 Okay. Da ist nur der Typ, der um seine Frau weint oben. Es gab doch einen, der irgendwie noch am Leben war, den man da irgendwie befreien konnte. Ja, das ist genau der Typ, der hat aber mit dem da unten nichts zu tun. Okay. Ja, ich glaube, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, 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 das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Es ist gut. Ich weiß nicht, wo es kommt. Ich bin ganz gut ein... Ich bin ganz gut. Dann versuche ich dir. Mit deinem Kempsten ... mit dem Kempsten Bruder. Ja? Mit dem Schrank. Mit dem Gegner Schrank. Stabile Wasser. Oh, wer hätte es gedacht, hinter dem Schrank gibt es einige Heimtreppe. Hm, dazu jemand bewusst. Ja, ich komme dir nach. Ja, und ich werde jetzt versuchen, mit den Leuten zu reden, bevor du wieder irgendwelchen Mist baust. Ich konnte mit dem nicht reden. Als ich durch die Tür reinkam, hat der mich angegriffen. Ja, ich weiß, das hat mir versaut. Ich hatte keine Chance, mit dem zu reden. So, ich rede jetzt hier. Hoffentlich, wenn ich irgendwann ins Leben schreibe, oder? Ich habe eine Burg gefunden. Oh, die haben viel Essen hier. Das ist weit genug. Was ist dein Geschäft hier? Antwort auf ehrlich und vielleicht werden wir dich clean töten. Ja, das war nichts. Das fand ich sehr überzeugend. Ich fühle mich nicht heute nicht anhanden. Ich sage, dass du dich umgekehrt. Wir haben den Tag für den Tag geschlossen. Oh, Leute. Wir haben einen Zuschauer. Befahre die Träume. Tja, also. Ja, den Tag habe ich versaut, dann gehe ich mal ohne die Fallen zu aktivieren runter, ne? Viel Spaß dabei. Ich aktiviere dann hier oben schon mal ein paar Fallen. Ja, ich mach's einfach. Ah, hier sind jetzt die Fallen. Ich latsch durch die Fallen durch. Warnung fehlgeschlagen. Ja, da sind die Fallen. Hurra. Ein paar Turnen sollte es tun. Ähm, ich glaube, ich habe hier ein Problem. Rundenbasierter Modus. Ja, ja. Ich habe hier ein paar Feier. Näherungssprengstoff. Ich bin hier, ähm... Ach, er hat Nebelschritt schon drin. Sobald ich mich bewege, bin ich fliege hier in Luftmodi. Ähm, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe hier. Ja, ja, Moment. Ich bin hier ordentlich trappet. Ich bin hier ein bisschen, ich bräuchte deinen Hilfe. Ich bin hier ein bisschen, ich bräuchte deinen Hilfe. Oh, ähm... Oh, ähm... Oh, ähm... Oh, ähm... Oh, ähm... Ähm, ich kann mich gerade hier nicht bewegen. Ja, du musst die Runden auch beenden. Oh, ähm... Oh, ähm... Oh, ähm... Ich muss sie nicht mal mehr im Rundenbasierten. Okay, alles klar. Hier ist noch eine Falle. Wir müssen wahrscheinlich sehr viele Leute töten, ähm, wenn, wenn es möglich ist, diesen Oscar bitte nicht töten. Danke. Weiß nicht, ob das möglich ist. Er wird gelb markiert. Er ist also nicht direkt Instant Feind, das heißt, es dürfte sogar möglich sein. Wir müssen uns jetzt halt hier durchkämpfen. Aha. Das darf ich noch nicht machen, Naruto-Rande. Das tut er immer. Ah, alles gut, er steht unten. Das heißt, wir können hier töten, was wir wollen. Aha, okay. Können wir auch looten, was wir wollen? Ne, können wir nicht. Außer das wird jetzt was hier. Das Essen können. Ja. Bevor du weiter gehst, warte mal kurz, ich schmeiß mal eben. Was schmeiß ich denn? Äh, Weihrauch. Ich gebe hier ein bisschen Essen auf. Ich habe mir gebraucht. Ein bisschen Bier. Hoppla, ich habe die ganze Kiste aufgehoben. Äh, wo gehst du? Was machst denn du da? Äh, ich bin hier jetzt nicht am looten, sondern ich bin hier am Sachen zerstören, beziehungsweise den Weg freimachen. Ich habe einen Bruch gefunden. Den Schlüssel zur Suite kann ich wegwerfen, oder? Was meinst du? Was denn hier? Braucht man den Schlüssel zur Suite noch, oder? Nee. Diesen Speer schmeißen wir mal da hin. Wie ist das wirklich? Ich habe einen Schlüssel nach dir geworfen. Ich habe eine Brücke gesprengt. Aha. Wie sollen wir da rüberkommen? Ah, da hinten, da hinten sind die. Wie sollen wir jetzt auch eine Brücke rüberkommen? Äh, einfach. Moment. Äh, können wir da irgendwie runter, oder? Äh, ja, wir müssen dann wahrscheinlich über unten gehen, aber... Aber wie? Hier ist noch ein Pfad. Aber wie kommen wir da hin? Ja, wir können auch einfach nach unten gehen. Aber wie kommen wir da hin? Ganz außen. Du kannst auch einfach hier hingehen. Aha. Ah, hier ist ein Leiter. Ja. Weißt du noch, was für eine Taste das war, damit man Sachen outlinen kann? Denn ich habe das offensichtlich irgendwann mal gedrückt. Ah, okay, die ist es. Alles klar. Ich habe hier noch ein explosives Fass. Willst du das einstecken? Ja, schieb es mir mal rüber. Kann ich nicht. Ich kann es nicht aufheben. Würdest du dir mitnehmen. Hier ist noch ein explosives Fass auf der Brücke. Hier ist ein Speer. Ich hebe an den Speer auf. Also den Speer, ja. Den habe ich da hingeworfen, danke. Kannst du zurückhaben. Das wäre cool, ja. Hier sind gerade ein paar Gegner, also komm mal runter. Wir müssen nicht kämpfen. Unsicher, ob wir wirklich kämpfen müssen. Ich arbeite mit dir gerade durch die Nährungssprengstoffe und gucke mal. Ich bin im Kampf, ich kämpfe. Molly, komm mal her. Ich habe es gesehen. Das schaffe ich alleine nicht. Das wird alleine ein bisschen schlecht. Ja, ich sehe es schon. Ich bin übrigens in der initiativfreien Folge drin. Danke. Ich stehe hier im Gift. Oder auch nicht. Und ich werde, glaube ich, auch angegriffen. Nein. Jetzt in der Säure stehe ich drin. Ich bin hier unten. Alles gut. Die eine Dame hat sich äußerst intelligent hingestellt. Geschoss abwehren, bitte. Danke. Das ist nur ein Kiput. Na, das ist mir nicht wert. So, was tun wir? Angreifen. Ja, ja, ich gucke nur. Die eine steht nämlich äußerst intelligent. Habe ich schon gesehen. Na, explosiv. Ich bin ziemlich am Ende dran. Wo bin ich überhaupt so? Ach, ich bin hier unten. Und du bist da oben. Ja. Und den Quasit kann ich leider gerade nicht holen. Machen wir mal eine Crown of Madness auf. Was ist denn lustig? Sie wäre natürlich lustig. Auf mich. Ah, brennt hier. Er ist... Dein Mikro. Dein Mikro rauscht wieder. Habe ich mich einfach falsch hingesetzt oder ist es immer noch? Jetzt ist es nicht mehr. Gut, ich habe mich einfach falsch hingesetzt. Ja, passiert. Mehr mal. Ich gehe da hin. Ich kann ja auch nicht angreifen. Nicht okay. Ich glaube, ich bin wirklich ein Kampf. Das passt schon. Äh, Kampfrausch nicht vergessen. Habe ich vergessen. War zu spät. Ja. Ich bin in Säure gebartet. Ähm. Tja. Na, Kampf und reinhauen. Geht nicht. Durch meinen Schritten. Ach, du bist gespurtet. Ich hab die Macht des Inquisitos. Nein, nicht nutzen. Das wäre Verschwendung. Nein. Auf dich? Nein, lass es. Lass es einfach. Ich weiß der Feindschaft. Du bist im Vorteil. Schlaf im Jus. Das bringt jetzt, das bringt gegen den Typen nichts. Er ist nicht wichtig. Den hast du relativ schnell weg. Das ist eine Menge Gegner. Ja, deshalb habe ich noch mehr in die Mitte gewirkt, weil der Ty... Der kannst du die Akro von denen auf dich ziehen, dann kann ich von hinten kommen und die von hinten erledigen. Weil ich komme hier von hinten hoch. Ich stehe dahinter denen. Der kannst du da vorne auf der Brüte kämpfen, dann können wir das... Ich möchte die eigentlich relativ... Ich möchte das ganz gerne aus der Ferne relativ machen. Ich habe hier halt einen Werftbild. Und den Typen erledigen sie sowieso, weil Corn of Madness. Ich kann keinen Fernkampf. Sehr gut. Ich kann nur einen Fernkampf. Deswegen. So, ich würde ganz gerne erstmal ihn benutzen. Ich kann die Leitern wieder hoch. Ich schmeiße mal ein bisschen so. Und zwar genau da hin. Ich habe geschmissen. Du schmeißt erst. Des Weiteren werde ich... Schmisst. Aber man... Lange auf Glow ist einfach... Ich habe nicht nur Bewegungen, um da hinzukommen. Verdammt. Dann mache ich mit ihm nichts weiter mehr. Und von hier aus hätte ich ganz gerne noch auf... Warum nicht? Warum nicht auf ihn auf? Schade. Hätte funktionieren können. Na, ich nehme den Schaden. Dafür, aber dafür. Ich kletter mal ein bisschen. Ja, Kampfrausch. Nicht vergessen. Kletterst erst. Jetzt aktivierst du den bitte. Bin dabei. Ja. Jetzt wartest du, was passiert. Wille der Magie. Rüstungsklasse und mein Vers 1. Sie kann schwer... Sie kann schwer... Sie kann schwerer getroffen werden. Und jetzt klopfst du da rein wie eine Wahnsinnige. Ja. Die Wölfe auf den Lennig. Natürlich. Ich komme auch hier hoch. Ich komme auch hier hoch. Nee, kann ich nicht. Du bist gefesselt. Du bist gefesselt. Okay, das ist scheiße. Du kannst Fernkampfangriffen machen. Ja, gut. Ähm. Hast du keine Armbrust ausgerüstet? Ben, doch, dann schieß du auf den Typen nach oben. Da kann ich nur einen annehmen. Schieß auf den Typen nach oben. Schieß auf Karate. Nur wie gefesselt. Falscher Typ, aber gut genug. Der Einzige, den ich erreichen konnte. Achso, den Typen, der direkt vor dir steht hier, kannst du nicht erreichen? Da steht kein Typ vor mir. Die, den Weg nach oben? Direkt da? Nee, den konnte ich nicht erreichen. Aus irgendeinem Grund. Er steht um die Ecke. Der Typen, der ist schon fast dauernd. Die, die ist auf halbem Leben. Die hält noch einiges vor. Das ist nicht, dass sie, die kassiert mehr Schaden. Nein, sie wird seltener getroffen. Sie muss mehr Schaden austeilen können jetzt, war die Aussage. Die Wölfe sind schon fast tot. Ja, ich wollte sie im Zweifel noch wegschleudern. So, dann stellt er sich da hin und macht nichts weiter. Und dein Zug. Ja, jetzt muss ich doch hier das als Bonusaktion machen, weil die kommen sonst nie ins Gefecht. Okay, was kann ich eigentlich? Alles so. Ah ja, ich kann ein bisschen Zauber und ich kann Schatten-Sachen. Ich könnte meine Bits-Ladung noch gar nicht nutzen. Doch, du machst jetzt jede Runde Schaden. Bonus damit. Äh, wen soll ich als erstes ausschalten? Den hier, sie hier. Ach so, direkt Karloch? Okay. Die Karloch ist vor mir dran. Okay. Vorsichtig an Gelegenheitsangriffe erinnern. Die werden dir angezeigt. Wenn du dich von einem Gegner wegbewegst, dann können sie dich einmal gratis schlagen. Ja. Gut. Ich bin nicht wo dran. Ich muss die Karte gehen. Ah ja, von meinem Zug, von meinem Blitzschaden habe ich noch nichts gemerkt. Das ist noch ein bisschen... Weggeblieben. Okay, sie kann auch... Du hast aktuell... Sie kann auch Angriffsdinge... Werte Magie. Du hast eine Tür hinter mir, unter mir. Ja, du hast übrigens aktuell plus 3 auf Angriffswürfe, machst 3 Blitzschaden zusätzlich und wenn du 5 hast, machst du 1, kriegst 8 Blitzschaden. Also 1, wie 8 zusätzlich. Hm, Astarion. Ja, ja. Nun wachst du alle. Sie ist auch im Kampfhaus, die... Wohl. Oder der Wohl. Ja. Sie ist immer dasselbe Stufe wie hier. Ja, ich weiß. Ich gebe dir mal den Vorteil, den sie sehen. Das ist gut. Der Versuch war nett. Okay, das war ein bisschen üblich. Ja. Und du müsstest jetzt Vorteil auf die Dame vor dir haben, weil sie blind ist. Dann versuchen wir es mal. Tja, da steht es aber noch. Das ist, das ist, das ist sehr viel. Sie hat noch einen HP, hat sie. Also wenn du sie noch irgendwie mit einem Stein treffen kannst. Oh, Kalach ist ein Nachteil. Und sie nicht mehr. Kalach geht es ziemlich schlecht. Ist das nicht gut. Haben wir noch eine kurze Raste übrig, können wir danach, nach dem Punkt mal... Ja, ja, ist gut. Ich brauche halt gut. Kannst du runter schubsen? Steht hier... Steht da genau richtig an der... Du könntest hier einfach das Rückgrat brechen. Ja. Oh, ich bin wahnsinnig aktuell. Hm, blöd. Das ist schlecht. Äh, ja, das heißt, ich werfe mit random Bullshit um mich und schlage auf alles ein. Das ist der Nachteil. Du stehst auf den Körner rein. Ja, ich werde... Das ist nicht gut, wenn die gerade am Stehen. Alles okay. Ich weiß nur nicht, wie lange das hält. Das ist schlecht. Begebe mich mal aus dem... Aus deinem Angriffsradius. Äh, gegen alle in der Nähe. Das heißt, er greift immer die nächsten Gegner an. Mit ihr... Ah, ich könnte dich retten. Soll ich das tun, oder? Wo durch? Durch Hilfe. Oh, da... Ja, klar. Hat's was gebracht? Ich glaube. Nein. Wahnsinn ist immer noch da. Okay, hab ich nur mein Zug ver... Ich hab nur mein Zug verbraucht. Fantastisch. Nee, ich glaub, du hast mir durch irgendwas... Du hast mir tatsächlich irgendwas... Ähm... Geholfen hab ich... Ich hab dafür mein Zug verbraucht. Aber gut. Ja. Wir wissen von... Passiert. Hier drüben gibt's einen Snager. Wo ist der Starion? Der Starion kann sich noch bewegen. Ähm, wie viel hat er noch? Er hat elf... Und der drüben ist auch noch einer. Was hat er von uns? Ja, und den Squishy-Zauberer... Schick ich mal ein bisschen weg von den Bahngelegen. So. Was tut er? Ah, Wahnsinn ist vorbei. Du hast tatsächlich geholfen. Na dann. Kämpfe. Da drüben ist noch einer. Ja, ja, ich mach ja... Jark. Carla, das ist so ziemlich am Arsch. Du könntest ihn ein bisschen heilen. Oder bringt das was? Ich kann... Ich die Sachen angreifen. Ich greife mal erstmal an. Ein Waffen in der Schlag. Geht nicht. Schade. Ich kriege den Bewegungsrat, ich kann ihn nicht angreifen. Moment, ich... Warte kurz, ich werfe den Eierbrecher. Der Eierbrecher hat es geschafft. Ah, okay. Oder meinen Angriff. Kara, das ist noch da... Hier drüben steht noch einer. Da drüben. Ja, den habe ich schon mit einem Magic Missile angegriffen. Carla ist dran. Ja. Wieso? Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann im Fernkampf... Du kannst werfen. Du kannst werfen. Oder schießen. Kritscher-Treffer. Dann ist er erst dran. Das macht Sinn, dass er zurückgang greift. So, jetzt mach ich eine andere. Ach so, ich kann noch angreifen, aber es bringt's. Eine kurze Rast. Gibt's denn eine Armbrust? Brauchst eine Armbrust? Nein. Dann siehst du, die... Liegt noch ein Fass rum. Ein Pfeil der Dunkelheit und ein Pfeil des Rollendonners. Sinn nützlich? Kannst du die brauchen? Vielleicht. Ich schmeiße erst mal den Typen kurz weg. Moment. Äh. Cool. Du hast das Ding geöffnet. Krimpisch hat's Schlüssel von Ados um die Magus-Tasche genommen. Okay. Ja, du hast gerade die... Wollen wir vielleicht erst mal die Gegner looten, die hier liegen? Oder bevor wir hier weitergehen? Kannst du ja machen. Ich nehme hier... Abgrunduferhandschuhe. Cool. Oh mein Gott, das sind viele Tränke. Aura des Dämonengeist. Die beschworene Kreatur des Trägers. Hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer psychischen Schaden. Zum Beginn des Zugs... Beschworenen Kreaturen muss ein Rettungswurf gegen Weisheit bestehen. Oder sie wird wahnsinnig. Ach, noch ein Wahnsinns-Item. Äh, das brauchen wir tatsächlich, weil... Was da? ... er wird Beschwörer später. Ja. Schieb's ihm mal rüber. Aber der wird dann auch wahnsinnig. Das ist sehr toll. Nee, nee, nicht er, sondern der Gegner. Die Mädel eines lächelnden Mädchens haben ich hier. Soll ich mitnehmen? Abgrunduferhandschuhe. Ja, können wir uns ins... Können wir uns ins Lager hängen. Es ging untoten ja mal richtig... Also es ging untoten ja mal richtig stark. Äh, für Untote meine ich. Oh, holy shit. Es lag hier in der Kiste. Apropos... Apropos beschworene Kreaturen. Ich ruf mal kurz eine. Eine ordentliche Lamp. Nicht ein Trache der Magie auf sie. Ich hab hier noch eine Öllampe. Du wirst die noch versuchen. Und einen Spiegel. Lass uns einen Blick auf mich selbst. Nee. Ah, okay. Das ist also nicht so... Ist vielleicht als permanentes Item doch nicht so gut. Mag ich zu behaupten. Ich bin nämlich gerade im Kampf. Okay. Wie gewinnst du im Kampf? Meine Beschwörung. Okay. Kann ich dich einfach fallen lassen? Du bist wahnsinnig gewohnt, oder was? Ich habe bessere Tage. Ja. Und schlimmer. Wolltest du eigentlich Hilfe? Nö, aber ich lege jetzt einfach mal die Sachen ab. Ich habe hier ein bisschen Bolt gefunden. Okay, das ist also ein Item, das rüstet so zu Beginn des Kampfes am idealsten aus. Ich habe hier ein Boot. Und ich bin überladen. Ja. Ich versuche hier gerade die Dame zu looten. Ich habe hier einen Grund, oder was? Ich habe hier drauf, bzw. sie hat hier stehen. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass ich mich bei einer Frau. Ich bin überzeugt, dass ich dir das Haus soll für mich haben. Ich bin überzeugt, wenn du das so weitergeltunst. Und ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass ich ja überhaupt nicht gewollt. Ich würde immer überlegen. Dann fühlt es sich locker überlegen. Ich habe mich an. Hier ist noch ein Loch in der Wand. Nein, da kann man nicht durch. Es ist besser nicht gekürzt. Es sieht so klein aus hier. Man kann es kaum fühlen, das Spinnung. Ich muss gerade eine Kiste kurz öffnen. Kommen wir zu dir rüber. Ja und jetzt lootest du wahrscheinlich die Kiste, die ich gerade geöffnet habe. Uh, infernalisches Eisen. Das ist gut. Für Karnach. Das kannst du Karnach geben. Nein, nicht das infernalische Eisen. Ich brauche die Seelenmünzen. Das infernalische Eisen ist für Rüstungen ziemlich gut, weil... Das infernalische Eisen brauchen wir, um Karnachs Herzmaschine zu retten. Das hier. Eins. Mein Gott. Also bei mir hat eins nicht gereicht. Ich habe also sehr viel Scheiße im Inventar. Das heißt, ich muss ein bisschen was loswerden. Ich kann mal das ganze Schmuckzeug alles ins Lager schicken. Beziehungsweise zu Waren hinzufügen. Die ganzen Waffen benutze ich als Wurfdinger. Da kommt das Zuckern aus den Waren. Da kommt das Zuckern aus den Waren. Na lecker. Ich habe gerade einen Verfolgen mitgegessen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich habe ein bisschen gemäht an das Lächeln des Mädchens. Lächeln des Mädchens. Also... Das, was wir im Lager aufstellen wollen. Aus unterm Grund bin ich vergiftet. Passiert. Wollen wir eine lange Rast machen, oder? Ich würde tatsächlich erstmal mit dem Künstler noch reden. Hier ist ein Knopf, der zu filmt, der nichts bringt. Den habe ich schon längst gedrückt. Der hat wahrscheinlich unten die eine Falle aktiviert. Okay. Also zu dem Künstler, oder was? Ja, wieder zurück zum Anfang, mehr oder weniger. Oh, hier liegt noch einer. Naja, nichts wichtiges. Da hat man das Feuer ausgemacht. Ich komme dann auch mal rüber. Ich komme dann auch mal rüber. Ah, hier liegt noch einer. Nichts wichtiges. Ja, den... Den hatte ich schon überprüft. Ich bin jetzt gerade im Kreis gelaufen. Ich versuche nur dir zu folgen. Ich versuche zurückzukommen. Wo bist du? Ah, hier unten. Hier irgendwo müsste der Typ sein. Nein, da drüben sind es die Türen, wo wir schon drin waren, oder nicht? Ja, ich suche nur den Typen, der vorhin abgehauen ist. Also... Der, der hier mit nichts zu tun hat, damit wir die Quest von ihm zumindest folgen können. Achso, ja, jeder ist doch markiert hier. Freilich Künstler. Ja, hier oben. Warte, warte! Ich bin nur ein Zwerger. Ich versuche mir ein... Ich versuche nur den... Ich versuche nur den... Ich versuche nur den... Der, der hier ist meine Zwerger. Ich versuche nur den... Gott, das ist das. Ich versuche nur den... Handel, ein Patriarch von Baldur's Gate, der wünscht sich eine Commoner verabschiedet hat. Ich habe nicht weggeflogen. Ein Tag war niemals fest. Es gab... ...komplikations. Vor meinem Fane, meinem Patron, gab es eine... ...eine Frau. Eine, die ich mit meiner Leben verabschieden habe. Aber als Frau Janeth hat mir eine Zukunft gegeben... ...wenn es nur recht, zu sagen, mein Vergangenheit. Recht, aber nicht wahr. Ich habe mich verabschiedet, in der Lande zu verabschieden... ...und zu verabschieden und zu verabschieden... ...und zu wählen, glaube ich. ...und zu verabschieden. Ich habe mich verabschiedet, aber... ...und zu verabschieden. Aber ich will nicht mehr so lange, lest ich weep. Und wir haben Ihre Rewarden, zu verabschieden... ...wenn ich mich sicher zurück nach der Stadt. ...und zu verabschieden. Sieh, du... ...ich glaube ich nicht, du könntest ein paar Koffer, ...möchtest du? ...easen die Discomfort des Wegs... ...ein... ...Heroe zu den Hilden. Seid mich in der Stadt. Wirklich. Unter meiner Brücke. Du wirst immer noch leben. Bis dann auf Baldur's Gate. Gut. Ah ja. ...Quest... ...Quest anders gelöst, als es gedacht ist, aber hey. Sieht alles. Hier ist noch ein Pfeil des Blitzes... ...und ein Pfeil der Säure dran. Ja, ich würde sagen, schieb rüber, aber ich bin grad etwas... ...voll... ...müsste was loswerden. Ja, ich würde... ...ja, ich bin... ...ich geh grad mal kurz was verkaufen, Moment. Ich muss auch was verkaufen, deswegen. Na, komm zum Smaragdhain. Hast du mir grad was in der Tal geschoben? Ja. Danke, jetzt bin ich voll überladen. Ich hab einen Centarium-Schlüssel. Wofür ist der da? Ja, die sind für die... ...die waren für die Räume hinten. Das kann ich den auch wegwerfen, oder was? Ja. Jetzt soll ich mal eine Schnellreise machen, oder? Ich bin schon bei... ...bei der Umgebung des Smaragdhains. Ah, Tantienetje ist hier. Okay, ist das eine andere Quest? Ja. Wie gesagt, die machen wir zuletzt, weil ich würde ganz gerne beide Augen verlieren. Also gehen wir erstmal zum... ...dann bist du ja komplett blind. Nein! So was auch kann man sehen, und das andere schränkt nur ein bisschen ein. Also, beziehungsweise, es schränkt halt Charisma-mäßig ein, weil es sieht gefährlich aus. Mhm. Ich will halt gerne wissen, was passiert, weil ich weiß, wer dann erst die Vettel macht... ...und dann bemerkt das Bolo und haut ab wie der Feigling, der ja nun mal ist. Aber wer dann andersrum macht, weiß ich nicht. Den musst du aber erstmal ins Team aufnehmen. Der muss erstmal ins Game kommen. Nein, musst du nicht. Der muss nur ins Lager kommen. Deshalb würden wir... Deshalb machen wir ja auch erst das Goblin-Lager. Ja. Dann können wir gleich hin. Wo bist du? Ach, du bist mein Händler oder was? Jo. Brauchst du irgendwas zu dir? Die sind nicht mehr zu dir. Dann werde ich selbst gucken. Ich muss eh gleich hin, denn... Vampir-Berührung ist natürlich... ...insane. Natürlich. Aber bitte, erinnere dich. Du bist nicht der einzige, der braucht. Oh, Doppelfliegel wäre natürlich auch cool. Ach, weil ich gerade versuche mit ihm zu sprechen, sagt er dir, dass du dich beeilen sollst. Wenn du dich beeilen sollst... Ich lese mal in seinem Tagebuch. Ich lese mal in seinem Tagebuch. Ich lese mich richtig, halte mich zu beeilen. Die brüchigen Seiten des Buches sind im Laufe der Jahre unnäßlich geworden, als die Ausnahme einiger Namen ein blutroter Tinte geschrieben werden. Ein neueres, dickeres Blatt wurde direkt hinter dem vorderen Einwand eingelegt. Darauf steht folgendes, wurde in einem Gebäude am Ufer Richtung Süden gefunden. Es gibt keinerlei Hinweise auf Sinn und Zweck des Gebäudes, betätigt aber, was wir bereits wissen. Okay, steht durch betätigt. Es ist sehr alt, alles andere ist Spekulation. Adria Sandwirt. Gut. Brauchen wir die Vision der Absoluten noch? Äh, was für ein Ding? Den Speer, den einen. Ich behalte ihn mal, vielleicht brauchst du ihn später. Ich brauche die Wachen, die ich ausgerüstet habe. Ich liebe dich, danke. Kann Kalach eigentlich die immer Glücklinie führen? Bringt das ihr was, oder? Ja, natürlich. Dann würde ich sie ihr geben. Wäre sinnvoll, ja. Ich habe nur gewartet, bis du selber drauf kommst. Ach, das ist ein mächtiges Ding. Dann tausche ich mal. So. Ich bin wieder deutlich weniger gefüllt. Neugierst du was anderes? Ich geh mal shoppen. Natürlich, aber bitte, erinnere dich. Du bist nicht der einzige, der in Need. Du bist nicht der einzige, der in Need. Ich geh mal in der Area umläutern. Und hier das Ministry des Chains fantastisch ist. Der Vorderickserplatz ist sehr großartigartig. Oh Female. Super, ablernen. Studium steht mehrere feiert, oben ist dieενb sanctuary. die hast du mir irgendwann geklaut also hätte ich die ganz gern schon wieder die lederrüstung klasse 11 brauchen wir auch nicht oder nein schuppenpanzer stufe 14 du bist der charakter mit rüstung ich habe gegenpanzer rüstung stufe 15 schon anders wie es schon und schützt mieten besitzt das schild stimmt ich kann jetzt schöner wieder tragen ja wobei das nicht so hundertprozent sinnvoll ist weil dann führst du den schwer nicht mehr zweihändig das musst du entscheiden ob deine rüstung die den bonusschaden wert ist das kann ich auch verkaufen bei dem blödsinn den ich hier schon ein knochen behalte ich mal verkratzer mann habe ich viel blödsinn hier drin mann hinter geschmackvolle schuhe die verbreite truhe behalte ich mal krank des glorreichen sprungs das wäre doch mal was oh hier gibt es einen kettenpanzer mit 17er rüstungsklasse wäre das was für dich was für eine rüstungsklasse kettenpanzer 17 und 1 weniger hiebschaden ja den du klickst alles klar ich habe mich gerade ein bisschen geld amulett ich habe einen amulett der verlorenen stimmen da hast du das dann eben verkauft das habe ich ihm verkauft weil austarion kann das per default jetzt mittlerweile das kann ich ja gebrauchen oder nicht nein wir haben schon einen im team der mit toten sprechen wirken kann dann brauchst du nicht irgendwas anderes hier kann ich ja mit toten sprechen aber wozu weil es spaß macht ja aber wozu wir haben schon einen im team das ist ein verschwendeter platz ausrüstung slot ich meine wenn du es haben willst dann kann ich dich davon nicht abhalten aber trant ist du rechnen sprungs wenn man das nicht das gebrochen sprungweite zu verdreifachen ja komis aktion heiltränke später werden wir so vermissen ein regentänzer starb barbarenkleidung den brauchen wir nicht der ist relativ shit die barbarenkleidung habe ich die hat sie schon verkauft jetzt haben wir ein bisschen was schubpanzer rüstung nee präsentiere rüstung für mich sonst hat der glaube ich nix ja den kettenpanz also ich würde dir jetzt das zeug ja rüber schieben aber bringt ja gerade aktuell noch nichts hier können wir auch was verkaufen dass das hier das letzte mal buch hat jetzt einen Wert von 210 braucht man das ritualdiagramm noch für irgendwas oder war das ein festgegenstand das ist einfach nur lor kann ich es verkaufen jo klar der touren sandalen große flasche sehr schön Sylvanus ist mit dir. dass das schönste irgendwie die wirkung von dem sperr aufhebt deswegen nein aber von deinem bonus war es ja irgendwie mit zwei waffen mit zwei handwaffen gibt die bonusschaden ja aber ich habe ja die ich habe ja mit dem sperr hier schon zwei blitzladungen bonusschaden achso wie gesagt wenn dir das soweit das wert ist dann kannst du eventuell später auch noch nicht gillen um dich dann auf ich sehe es mit also wenn ich den schild dazu nehmen hat der hat der sperr noch vier bis neun schaden weil ich das schild nicht anhaben hat der 4 bis 11 schaden verstehe exakt ja ich meine bonusschaden das ist ja dein kampfstil es bringt halt rüstung ja apropos rüstung ich schieb dir mal eben deine neue zu ich hoffe du bist wenn ich eine gute rüstung habe dann brauche ich kein schild mehr ja genau ich hoffe du bist geübt mit den schweren rüstung ansonsten ja ich habe das problem das steht doch nur kein rk bonus durch geschicklichkeit das ist relativ egal dein geschick ist ja sowieso kriegst du ja sowieso glaube ich nicht aber das sieht potten hässlich aus du kannst sie färben naja ich habe nicht viel färbemittel was hast du so ein färbemittel ich habe nur schlammiges rot alles wir hatten einen händler da hinten kannst du mir ein bisschen färber überbringen was für eins blau gold grün lavendel limette zitrone fleck also lidertöne nehme ich gerne violette und lidertöne rosa und blattgrün schwarz und sommergrün und ich habe noch schwarz und rot aber das benutze ich ich nehme gerne violettstöne und lidertöne äh lavendel würde ich dir in rüberschieben denkst du dir gerade ab ich bin gerade im inventar ich mache gerade nichts du sagst sie soll mit karlach zu dammen gehen ähm ja das müsste glaube ich die quest sein für sie ich habe sie nicht im team das heißt ich habe auch die sequenz nicht gehabt wir haben wir in der wende schauen wir mal ach du heilige scheiße ähm sieht doch cool aus äh ja passt zum passt zum passt zum äh sieht doch voll cool aus passt zu einem wie allerdings wie heißt das äh äh ich habe gerade meine klasse vergessen paladin ja ich dachte ich habe einen inferno hier aber du bist nicht von älterel was ist deine historia ich habe ein gutes bisschen Zeit in den Häusern entzündet gegen meine will von dem arzdevil Zarell genauso wie du ich glaube wenn du aus älterel bist die devils waren glücklich wenn du sitzen in der Häusern ich bin gerade in der sequenz ich bin gerade in der sequenz ich bin glücklich ich bin glücklich sieht wie du auch und du hast etwas inferno Maschinerie mit dir ein kleines Geschenk von Zarell ist das die äh die Personfest von Farah oder sehr hohe ich bin sehr hohe es könnte ein Pistonsring oder ein Öl minde wenn ich eine höre ich bin mein Guest aber nicht zu nah oder deine Augen werden schlafen das ist du hast ich bin du hast du du hast du hast die mit du hast du hast ein Scheren du hast ich Ich weiß nicht, wie lange es weitergeht, wie es geht. Will du ein paar Temperaturen aufbauen? Ich bin mir Angst, dass ich in eine Handshake und einen Arm auszunehmen. Ich würde mich überwarten, um die Nacht zu überleben. Aber ein, 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 zwei. Wenn wir dich aufbauen können, dann stabilisieren dein Auto. Und Sie können dich aufbauen, wenn du jemanden möchtest. Hey Soldat, ich denke wir haben schon jemanden mit diesem Infernal-Ire genommen. Was sagst du? Darf ich es ihm geben? Ich bin gespannt was er kann. Sollten wir wirklich an einer fanatischen Maschine rum basteln? Wir halten die Augen nach Eisen offen. Ich würde ja gerne wissen was ein fanatisches Eisen so wert ist. Können wir eure Ware sehen? Bitte lasst das funktionieren. Hm, das Wachstum. Und das Blasch von Chaos. Ich kann mich nicht erinnern wo mein Herz sollte. Es muss ziemlich die Erfahrung sein. Es gibt ein Ende mit dem du sie retten kannst. Zumindest halbwegs. Oh, was kann ich denken? Also ich habe sie jetzt bei mir im Durchlauf gerettet, aber auf nicht sehr optimalem Weg. Du weißt was ich meine vielleicht. Wenn ich mein eigenes Let's Place verloren, aber... Ich glaube nicht, dass es in all den Räumen genug sind, um sie zu retten, um sie zu retten. Ich sage es mal so, sie ist ein bisschen verwandelt. Sie sieht ein wenig anders aus. Das fühlt sich... Ich hatte mal ein paar Tentakel hängen nicht aus dem Gesicht. Hm. Ich habe immer noch hartes Hölle, aber ich fühle weniger... Gut, jetzt habe ich schon genug gespudert. Tschüss, Freund. Schön. Und als für die Heete... Ich habe noch keine Probleme mitgebracht. Aber ich gebe es nicht. Es wäre lieber, wenn wir das irgendwie anders hinkriegen würden. Wenn wir sie in Jira-Form behalten könnten. Find mich wieder in Boulders Gate. Wenn ich mir mein Salz wert habe, habe ich dann etwas herausgefunden. Geh dich, Karlak. Und hoffentlich die nächsten Mal, wenn ich dich sehe, habe ich etwas, das zu berücksichtigen. Geh dich. Welches Infernal-Iron, das du mit dem Weg findest. Hm? Hm. Wir können uns jetzt prüfen, oder was? Wir haben jetzt keine Zeit für den Chat. Wir können uns herausfinden, wenn du mit ihr jetzt redest. Damons Upgrade hat mich nicht aufgelöst. Aber es hat mich aufgelöst. Ich glaube nicht, dass ich es niemals aufgelöst habe. Und dann war es schon zu spät. Da findet ihr mal etwas Böses, was ihr von mir mögen könnt. Wir finden noch mehr Infernal-Iron, die bekommt ihr bei zweiter Aufrüstung. Wir können uns weitere Erinnerungen anbringen. Wird jederhtun besser als später gut werden. Ich finde, ich bin früh aufgelöst. Du bist just mit der Schmuggschweiß. Oh, verdammt ja. Ich bin bereit, dass ich alle Nacht niederbohren. Habt das aus. Ich könnte einen giganten Badger essen. Ist es fast Zeit für Essen? Deswegen... Ich versuche mal, dass ich die Will-Sequenz mit und dann... Ich hoffe, Daman ist so gut wie er sieht. Als ich meine Motorräder verhandelt habe, kann ich mich auf mehr wichtigsten Themen fokussieren. Tadpole, Kulte, Trosty-Pints... Schade. Was ist du gerade, Moni? Etwas aus einer Pfanne. Wenn du stört, dann nutre ich mich. Ich bin nur interessiert, was du da gerade ist. Etwas mit Zwiebeln. Naja, aktuell so ein Bulgur-Gemüse-Zeug mit Kichererbsen. Hm. Ich hätte geraten, dass du was mit Zwiebeln bist. Dann kommst du auf Zwiebeln. Oh, so ein Gefühl. Eine Möglichkeit, die mich aufhörte, mehrere Nachts gehalten hat. Aber ich habe keine Ahnung, wo zu beginnen. Außer als zu spielen, sie zu spielen und zu spielen. Das ist die einzige Sprache, die die Zwiebeln hören. Was? Wie? Wie? Das ist die Krüfte? Das ist die Krüfte. Wie? Das ist die Krüfte? Ich bin so neu. Ich habe eine Krüfte. Ich habe das gewollt, was ich an Mang回來. Ich habe das, was ich an der Krüfte. Bis es immer noch immer mehr gemacht haben. Vorgehen Sie es in dennoch, was ich an der Krüfte hat. Ich habe Ekel, wenn ich das in den Mund nehme. Was ist der Unterschied zu reif? Reis mag ich auch nicht, aber... Da bin ich auch kein großer Fan von, aber Reis ist fester. Es ist ein bisschen größer und ein bisschen krümelig. So ein bisschen so. Und ohne den Pappen bin ich nur ein Mann. Und was gut ist mein Blatt dann, wenn es zu schuldig ist, um die Mönster zu spüren? Was gut ist eine Flamme, wenn es nur ein Spargel rauskommt? Ich will, also mein Körper, also mein Körper, also kann, ich kann das nicht aufnehmen. Ich kann Spargel einfach, ich bin nicht in der Lage dazu, Spargel zu essen. Also selbst wenn ich, selbstens um mein Leben gehen würde, ich könnte das, ich könnte das nicht. Mein Körper stößt das ab. Das ist komisch. Das kriege ich nicht in den Magen runter, das bleibt mir im Hals stecken. Das ist wirklich... So, lass uns auf dem... Kannst du noch ein paar Leichen auf den Leichenberg rauflegen? Dann fahren wir in den Leichen schlafen können. Ja, Moment. Irgendwann schlafen wir... Also irgendwann... Ich glaube, ich habe den Hund gerade verletzt. Irgendwann bauen wir uns eine riesige Pyramide und schlafen aus den Leichen und schlafen dann in der Pyramide drin. Nö, du hast den Hund nicht verletzt, der hat nun immer noch volles Spiel. Ob ich Kratzersball mal ins Feuer werfen soll? Wenn ich mal ganz böse wäre... Hm? Wenn ich böse wäre, ich kann Kratzersball ins Feuer werfen. Das wäre ein bisschen... Passiert nichts. Hm. Ich habe gerade eine Fackel reingeworfen. Also, äh... Ich würde dann mal zu Bett gehen drücken. Warum habe ich das Schwert... Oh, das... Ich habe das Schwert auch in den Schmiegestall gar nicht... Verkauft. Hat nicht geklappt. Ah. Hm. Ich habe mir mit dem Schrab hier an meinen Füßen. Die Hyäne sieht natürlich super aus. Die ist mir gar nicht im Bild. Das ist halt nur ein Grund. Ich habe Flexcreen und dein Mikro rauscht. Entschuldigung, ich weiß, ich muss mich anders hinsetzen. Ich habe auch nur Flexcreen. Du darfst dich nicht bewegen während der Streams. Oh, okay, die Hyäne war bei mir einfach nicht drun. Eine Cutscene. Aus irgendeinem Grund. Aber die... Ich rede mal wieder mit dem Schrauben. Der will wieder was. Was will der denn? Hat auch wohl nichts. Was ist denn ein magisches Autofakt oder was? Was ist das Problem? Okay. Was ist auf der Hand? Ich muss mich zu sagen... Außerdem... Du hast mein Leben über den Nautiloyd geschaut. Aha. Ich finde es schade, dass ich mit Astaro nicht reden kann. Warum? Weil er in deinem Team ist. Aus irgendeinem Grund kann ich mit ihm nicht reden. Ah, Gel will was von dir. Ja, ich gebe ihm schon irgendwas magisches, Moment. Woher habe ich die Armschäben der Verteidigung? Hm, wenn sie loswerden wirst. Ich weiß nicht, will ich die heilende Waffe loswerden, will ich ihm das Seltenes geben. Moment, was macht Wucht? Ach lol, okay, Wucht, es nicht hast, okay. Gut, hier, nimm den Helm. Ich habe jemanden Bild aufgestellt. Oh nein. Was? Hä? Was hast du getan? Ich habe, ich habe, ich habe, ich weiß es nicht. Hast du den Hund angegriffen? Kann sein. Ja, cool, jetzt müssen, jetzt müssen wir alle bis auf Astaro und Karla töten. Cool, danke. Wir können neue Daten. Nein, wir laden jetzt nicht nur, du hast dich entschieden, den Hund zu töten. Ich habe, ich habe ein Bild geworfen, ich habe ein Bild geworfen. Meine Fresse. Du wirst jetzt nicht den Hund töten. Aber schön, dass alle außer die, die bei all dem Team sind, einen direkt angreifen. Ich wollte das Bild platzieren und habe das durch die Gegend geworfen und der Hund stand im Weg. Ach, schön, das Spiel hat sich aufgehalten. Hat es? Ich hänge bei 0% im Spielbildschirm. Ja, ich auch. Warte. Es passiert was. Da musst du nochmal mit Gail reden, aber ansonsten. Wurde mir das verdammte Bild platzieren. 60%. Ja. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja. Ja. Ich glaube, das hat das Spiel gerade ein bisschen zerstört, dass du es du währenddessen schon im Kampf hast, dass du schon angekaufen hast. Ich glaube, ich glaube tatsächlich auch. Ich hatte ein bisschen... Weil du hast ja schon eine Aktion ausgeführt, während ich gleich neu geladen habe. Es war ein bisschen... Aber ich bin hier der Host, deswegen... Au. Setz dich anders hin, dein Mikro ist ein Helikopter. Mann, ich hasse es. Wieso gibt es Rückkopplungen von meinem fucking Headset, wenn ich mich bewege? Beweg dich nicht. Hier geht es wieder. Du musst nochmal mit Gail reden. Ich muss nochmal den Helm geben. Ja, machst du diesmal die Will-Sequenz? Danke. Ich habe den Helm nicht. Mit Will reden, habe ich gesagt. Achso, mit Will. Was will der? Er war stolz. Die Helm, die ähnliche Ravon-Gaude haben gebrannt. Dann müssen wir ihn suchen und ihn zur Sicherheit bringen. Ich weiß, was ich nicht gesagt habe. Unsere Relation war keine Rolle von Freude. Nichtsdestotrotz für ihn. Ja, mein Vater und so, das hatte ich. Das kenne ich. Nichtsdestotrotz für ihn zufrieden. Ich habe... Was macht... Nein. Seine App... Er könnte... All die mehr Reise, ihn zu finden. Die App... Ich weiß, mein Stuhl... Die Bläde und will... Ich wollte, dass du die Bläde und nicht die Schäden... Ich habe mich nicht mehr... Ich habe mich nicht mehr überprüfen. Jetzt gehe ich nochmal den Hund töten. Warte, guck lieber meiner Sequenz zu. Ich will das verdammte Bild und so platzieren. Sieht tippschaus. Schön. Cool, dass sich die Story überhaupt nicht interessiert. Das ist nur Gehl. Wir lernen jetzt, dass er eine lebende Atombombe ist. Das weißt du doch schon. Ach. Kratzer, hör auf. Kratzer hat mir das Gemälde zurückgebracht. Das ist schön. Ich wollte jetzt sagen, ich habe mit der Götting geklaufen. Mistra, den... Mistra, den wir nicht mehr wissen. Okay. Mistra hält uns in Ordnung. Es gibt Forderungen, die sie nicht überrascht hat. Ja, aber in jedem Zeitpunkt würde ich gewinnen. Ich würde nicht sagen, dass ich etwas falsch gesagt hätte. Ich dachte, ich wollte eine Forderung über die Forderung. Was kriege ich denn jetzt hier? Verdammt. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir nicht. Du musst so eine falsche Entscheidung machen. Ich wollte die drei falsche Antworten und du liegst mit ihm am Arm unterm Baum. Du musst. Sehr gut. Hier geht es. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time. The gift of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. You almost managed, but not... Can I get her soon? The magic, even the weave itself could not withstand the answer. Oh, shut up. Oh, shut up. What if, I thought. What if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try, and the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. They obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. What do you mean? Do you want to do it? Yes. Do you want to do it with him? You feel the tadpole quiver, as you realize, Gale is letting you in. I don't want to do it with him. I don't want to do it with him. You see Gales eyes, staring down the corridors of a dreadful memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages. Only a swirling mass of blackest weave that bounces. Its teeth, its claws, its unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods are ever hungry. Don't take your hand away. Thankfully the moment I absorbed the fragment, wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. I'm not a magical character. Ereven, Halt, this Hormon. For lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. And I have to be fully destabilized. Yes, it happens from now. Es ist eher schlimmer, eigentlich. Ich werde erupen. Ich weiß nicht die exacte Größe der Eruption, aber ich habe meine Studie von Netherese-Magic. Ich würde sagen, sogar ein Fragment als kleiner als die, die ich carry. In einer Lever-Less-City der Größe von Waterdeep. Ich werde es nicht mehr anwenden. Ich werde es nicht mehr anwenden. Ich werde es nicht mehr anwenden. Aber es ist nicht mehr anwenden. Alles. Das fühlt sich so wie eine Betreuung. Ich sage die Worte und wir werden weg. Das ist... ein großer Verliefer. Für den Frequent Ending. Ich werde es nicht mehr anwenden. Ich werde es nicht mehr anwenden. Auch ich bin verletzelt von demesisiere Musik. Lassen Sie sich weiter. Aha, kein Romanzing mehr. Kein Romanzing mehr. Nicht jetzt. Copper für eure Gedanken. Sie sagt nichts. Und du kannst, glaube ich, auch mit Karl auch nicht reden. Bei dir ist. Ich kann mit das darüber nicht reden und du kannst mit Karl auch nicht reden. Ich finde dich ein bisschen bescheuert. Ich habe bereits entschuldigt. Um, wenn du... schaust du für eine andere Nibble? Ja, Romanzing. Aber es gibt noch mehr Midnight-Surprise. Wirst du nicht erst haben, Romanzing? Doch. Ich finde die Antwort sehr gut. Hm, mit mir wird auch keiner. Ich würde heute Nacht an mir saugen. Mit mir will noch keiner. Verdammt. Und Karl auch kann noch nicht. Ich komme zu dir heute Nacht. Wenn du... in deinem Bett rollst. Und wir können ein bisschen Privatsch haben. Und diese Zeit, ich werde sicher, dass ich ruhig bin. Wir wollen dich nicht verhindern. Wir wollen dich nicht verhindern. Nachher, wenn wir... einen Rast trockst. Also... Wollen wir einen Langerast machen? Weißt du was? Ja, warum nicht? Warten wir kurz. Ne Quatsch. Jetzt habe ich das Lager verlassen. Wollen wir uns nochmal gegenseitig abschlachten und dann... einen Langerast machen? Ne, wir machen jetzt erstmal die Goblins. Die werden uns schon gut genug brauchen. Okay. Ich mache aber erstmal eine... kurze Stream-Pause. Danach können wir... machen eine Langerast im Real Life. Danach können wir... zu den Goblins aufbrechen. Und dann sehen wir mal wie Mordi... Astarium flirtet. immer. immer. Scratch's tail wags enthusiastically. Scratch's tongue lols out happily. His tail wagging even faster. Das aber kann nicht schön aus. Ja, gut. Kurz Pause. Bis gleich. Na, Langerast machen wir noch nicht. Aber jetzt kommen Langerast. Hast du nicht falsch? Hä? Ich habe gerade Astarium... Ne, das fand ich Astarium. Das war jetzt der... ein black screen hat da man gesagt ich miss mein ford ach so meine schmiede was macht sinn dass ein schmied gern wieder in seiner schmiede wäre statt in irgendein behelfsmäßigen scheiß ding wer soll sich zufrieden finden damit ja dann sind wir schon in den laden die gomben bosse zu besiegen oder nur klar von längst du willst die du willst erst mal die die anderen kompens vergiften meintest du damit wir die von der türippe müssen dann müssen wir erst mal friedlich rein nein müssen wir nicht wir können uns einfach rein überzeugen war dann ich war dann nicht weil die stelle mit bodo dass wir den dort erstmal befreien müssen sondern dass der uns nicht erst mal befreien er war doch irgendwie dort auf dem podium und erst mal geredet und wiederum war es nicht der die stelle spiel einfach weiter so geht es um den camp in welche richtung einfach mir nach naja da fällt mir an ich wollte noch die armschienen ausrüsten ich habe gerade mit dem gabel geredet was passiert ist es zu beschäftigt ich habe auch noch einen helm für dich falls du ihn brauchst ich habe doch einen schönen hut welchen helm den eisenhelm den ich dir gerade gegeben habe der könnte gut zur rüstung passen der einfache eisenhelm ist besser als dein hut bringt auch nichts und rein aussehenstechnisch sieht er gut besser aus ich bin da und ich lute schon kannst du kannst du ich mit deiner rüstung noch den zauber benutzen blöd gefragt weil mir das gerade so eingefallen ist welche zauber generell deine zauber es kann sein dass du mit rüstung nämlich nicht zaubern kannst wenn du keine profession damit hast du meinst befehlen und ja genau das kann ich noch aber ich glaube ich hatte hatte ich vorher noch mehrere wenn sie nicht macht es generell noch nutzbar sind dann ist das gut weil es hätte sein können dass also macht es im visite ich kann auch nicht besonders viele sachen aber bahn zauber kann ich machen sehen kann ich machen macht es im visite los kann ich auch benutzen anders also wenn du das meinst das ist gut das ist das wichtigste trifft das am paladin nicht so ich weiß dass die zauberer zum beispiel nicht zaubern können wenn sie eine rüstung tragen ich bin auch kein zauberer mit der sie nicht profession sind ja aber es hätte ja sein können dass es für alle gilt das aber wollte ich lieber noch mal nachfragen bevor es uns im kampf auf die füße fällt ich hätte mal über das schnell reisen können ich bin in den brunnen gestiegen habe ich nicht gesehen also müsste es jetzt nicht hier lang gehen also noch in diese richtung zukünftem camp da hinten wo ich gerade lang gehe nein ich gehe gerade woanders lang ah hier ja hier wo wir noch nicht waren aber hier waren wir schon nein du musst ein bisschen auf mich warten ich bin ein bisschen langsamer ich habe auch noch schwere rüstung dabei ich wollte nur den schatz hier mitnehmen ich laufe ein bisschen langsamer dürftest du eigentlich nicht tue ich aber vielleicht liegt das auch nur in deinem kopf natürlich ich laufe dann hier schon mal rein so okay du kannst da gerne schon mal lang ich würde hier erstmal weiter erkunden gehen okay weil wir hier noch nicht waren und es hier sachen geben kann aber der teil der map ist aber schon der ist noch wenn du mal auf die map guckst nein der ist noch nicht erkundet okay ist hier noch irgendwas ich weiß es nicht deshalb gucke ich hier oben sind ein paar npcs hier oben ein paar goblins okay dann sind wir wieder beim dorf gut dann geht es da unten zum sumpf dann können wir den rest tatsächlich später machen dann können wir jetzt zum lager warte ich gehe gerade mit den goblins warum ist denn goblins haut drauf mach sie tot ach wozu die mühe und du hast die ep bekommen ja weil ich hier das goblinlager erkundet habe nach gehen wir direkt auf zu nach gehen wir direkt auf zu ich habe keine ep bekommen ich habe keine ep bekommen ich habe intelligenzfähigeschlagen aha soll ich mal soll ich mal mit denen reden oder tust du schon verkarzt bitte nicht zu sehr ich will nicht gegen die jetzt schon kämpfen müssen die sind unabhängig von denen im lager uh net 20 und dann die und die der und ihr aufheben kannst fressen wir feischen Oh, wenn er nicht einer von uns und wenn er hier ist, er ist in der Pitz. Gute Anmerkung. Ja, wollen wir sie trotzdem töten? Wenn das nicht komplett das ganze Lava zum Feind macht, dann... Nein, das tut es nicht. Die sind komplett unabhängig, weil die Goblins alle dumm sind. Von mir aus. Perfekt. Ich glaube, du bist dran. Ja, ja, ich mache Schauf, der ist verunsichtbar. Obwohl ich angefangen habe. Das ist ein bisschen... Ich bin ein Mönch und das Tarion ist ein sauberer. Natürlich sieht sie zuerst drin. Ich kümmere mich um die Waage, äh, um die Klaus. Wenn du meinst, dann sauge ich mal den hier. Ich bin damals völlig unvorbereitet rein und hab da... Und dann am Ende gegen alle Goblins in dem Camp ge-ge-gekämpft uns. Ich war völlig am Arsch. Ja, ich weiß nicht, ob ich keinen Bonusangriff mehr hatte, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Kampfrausch lohnt sich nicht, mach einfach noch mal. Lohnt sich nicht. tja du bist wieder ja er heißt gabel entschuldigung gabel wird sich um den typen oben rechts kümmern den mit acht der saalblaube kurz den umbenennen oder meist ja ja klar er heißt jetzt gabel weil ich die dialogoptionen genommen habe ach so das stimmt nicht einfach mich auf was macht er da oben der wird sich jetzt um den adleroge kümmern in der nächsten runde so ich kümmer mich um den hier oder du kümmerst dich um ja kann ich irgendwas kann ich mal versuchen hochzukommen tja ähm ich will jetzt keine space slots verschwenden für diesen kampf ja sehe ich genauso deswegen tue ich nur die einen standard angriffen nehmen ach weil ich unglück bin mit dem ding oh gott das erklärt es so jetzt ist erstmal der gegner dran und du musst noch skippen ja ja cover me i'm time for the alarm schlitzende hallo das ist karlath d er istшиб spill entrepreneur akk stehe schwierige an f schlitzende für ich mache wie nicht angreifen Wieso nicht? Weil ich ihn hätte one-hitten können. Na ja. Jetzt darfst du. Warte. Und looten. Ein Goblinbogen. Ja, ich guck mal was ich so für... Brauchst ein Goblinbogen? Naja, ich bin schon gut genug. Wo bin ich hier? Hm. Wachzahn. Müssen wir verkaufen. Oh, der hat einiges. Wer der Krieger? Den, den ich hier gerade gedootet habe. Der hat einen Helm. Einen Axt hat er. Einen Zweihand-Axt. Triebes 15 Schaden. Nicht schlecht. Jetzt die gebrochen. Exil der Feuerresistenz. Exil des gesetzlosen Fokus. Grenzenlosen Fokus. Oder so. Oh, der hat einen Schweinekopf. Ja. Hatte ich auch. Mehr als genug. Haben die einen Schweinekopf dabei? Ach, er ist ein Goblins. Stimmt. So, wo geht's lang? Hier lang. Tieferanslag rein. Ich würde erstmal hier hin. Ich würde mal hinten. Da sind noch mehr Goblins, die waren. Hier sind ein paar Leute beim Essen. Und hier können wir reden. Ja, können wir. Und der Gnoll-Gnolder-Arm. Entschuldigen. Einmal mit der Hexenmeisterin. Du bist nicht hier. Wir sind noch zuvor. Wir sind hier noch bei den Gnoll-Gnoll-Arm. Wir sind hier noch bei den Gnoll-Arm. Wir sind hier noch bei den Gnoll-Arm. Wir sind hier noch bei den Gnoll-Arm. Ja. Hängt. Ich habe die Sequenz. Ich glaube, du hast auch das Amulett. Was für ein Amulett? Den musst du gleich sehen. Das ist auch der Fakt, meine ich. Ach so, Jan. Hm, wer das wohl ist. Und... ...ein süßiger, jünger Mann, mit einem schnellen, einfachen Gesicht. Und eine blöde junge Frau. Die drei, die wir später auch töten und durch die Gegend werfen. Sie sprechen für mich. Hilf ihre Suche für die Wettbewerb. Und du bist wert, dass sie neben ihnen stehen. Ich hab die halt wirklich für die Auserwählten gehalten. Als an dieser Stelle, weil ich halt dachte, es ist da so... Wir betreten nur das Gebiet der Götter oder so und das dann... ...ein der Götter. Ja, da sind die Auserwählten von den drei Göttern. Ja, da sind die Auserwählten von den drei Göttern. Ja, die Schaffigform später sind echt genial. Und dann... ...ein der Götter. Welche Kraft, die das Artikel hat, hat er nicht mehr Zeichen davon. Ich finde, die Schaffigform ist schon irgendwie der... ...ist der stärkste von allen... ...ver einanderen... ...und Urin war auch nicht immer, aber... ...und... ...Gottasch ist ja wirklich... ...Gottasch ist ja wirklich... Ich mach mal kurz die Mistenfeuer auf die Typen, ne? ...Mach was du nicht essen kannst. Ich mach mal kurz die Goblins. Ich hoffe, die Alarmieren nicht die anderen. Ich hoffe, die Alarmieren nicht die anderen. Ich hoffe, die Alarmieren nicht die anderen. Die haben es überlebt. Ja, aber hier sind fast alle tot. Na ja, dann Angriff. Na ja. Na ja. So geht's auch. Ja. So ein bisschen Erfahrungspunkten sammeln. Ich mein, wir töten sowieso alle Goblins. Die hätten wir später auch... ...erledigt. Außer die im Lager dort hinten. Die sind mir ein bisschen zu viele. Ja. Ein kognitiver Streitkäufen. Na ja. Brauchen wir alles nicht. Kommen wir jetzt ins Lager, oder? Ja. Ich hab ihn vorher eben mitgenommen. Lass mich kurz spechern vorher. Das könnte nützlich sein. Du willst sie gleich angreifen, oder was? Falls du es verkackst. Oh, hier ist ein Voodoo. Lass uns mal mit dem Voodoo reden. Ich bin schon dabei. Ich hab hier einen Bahnkapter gespielt und bin einfach hochgegangen und hab ein besseres Gedicht vorgetragen als er und war da einfach der Held des Volkes. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Wer ist das? Freund von deinem? Du wirst dich wiederbekommen. Oh, plötzlich nicht. Was ist er hier? Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Du bist hier. Du bist erinnert. Für dich. Oh, niemals. Kommt. Lasst uns unsere Palette weitergehen. Drawer Raxlin... Drawer Raxlin... Ich... Drawer Raxlin... Ehm, komisch! Drawer Raxlin! Du hast ihn geschlagen! Warte! Warte! Schrei! Wir sind ein Bader. Nein, ist er tatsächlich nicht. Doch, man kann ihn später als Teammitglied mitnehmen. Und er ist tatsächlich ein Bader. Du kannst ihn später als Teammitglied mitnehmen. Und dann ist er einfach ein Bader. Idiot! Welche kinder dummer werden nicht sogar ein Bader! Die ist relativ sicher, dass das nicht so war. Zumindest Lore weiß, ist er kein Bader, sondern Magier, der ist brutal, als wäre er ein Bader. Aber er hat's die klasse Bader. Wenn du ihn mit ins Team nehmen solltest. Wisst nicht warum, aber... Ja, wie gesagt, es kann sein, dass sie's für das Spiel geändert haben, aber eigentlich Lore weiß ist er... Magier. Ah, die kennen wir doch. Oh, gute Schuhe. Hat er sogar einen Bader? Ah, scheiße! Ah? Der Drink geht direkt durch mich! Wäre vielleicht nicht schlecht. Das ist der Plan! Wir lösen einen gesamten End. Wir haben nicht genug Bader, um zu vergiften, oder? Warten... Nein, wir reden erstmal mit allen. Wir freuen uns erstmal an und dann. Außerdem will ich jetzt hier erstmal ein bisschen verkaufen und kaufen, weil... Der hat gute Schuhe. Tatsächlich. Hm, wenn du meinst, dass du Goblin Zeug gebrauchen kannst. Das ist kein Goblin Zeug, das ist Stiefel des Beistands und Prost. Also für Heilung, also für dich. Also für dich. Handschuh des Bogenschießens, plus zwei Bogendamage und Drogen für mich. Das sind extrem gute Dinger teilweise. Das sind extrem gute Dinger teilweise. Hm, sind Sie schuldig? Ich sehe fantastisch. Hm, vielleicht sind sie ein bisschen los. Das ist, weil ich mich selbst in Form. Nicht so wie der schulke Dwarf, wo ich ihn weggezogen habe. Ich habe jetzt weggebracht. Ich weiß nicht. Er war bereits von seinen Brücken, als ich meine Hände auf ihn hatte. Ich hatte ein paar Koffeln in den Pocken und das ist ein bisschen schuldig. Aber das ist alles. Sicher, du kannst. Aber ich sehe alles, was du bekommst. Hm. Für alles, was ich weiß, dieser kleine Rost, das war ein gewerster Bart. Und du hast seine letzte Worte für einen schönen Pfennig. Ich habe dir gedacht, ich habe dir gedacht, ich habe dir gedacht, ich habe dir gedacht, du kannst auch die Autorität. Du kannst auch die Made benutzen, klar. Ja. Ich weiß nicht, aber es muss etwas wert sein. Hm. Gib mir genug, um eine Koffel zu kaufen. Und ein feiniges Hatt. Und es ist dein. Aha. Wie kann ich das tauschen? Wie kann ich das tauschen? Wie kann ich das tauschen? Du kannst auch deine ganze Scheiße einfach reinschütten. Die habe ich schon im Gomblernlager verkauft. Das ist das Problem. Die sind im Tieflinglager. Mit 40 ist ein bisschen im Tieflinglager. Ja. Die Tiefel des Beistands hast du mir grad gegeben. Ja. Die sind ziemlich gut. Ich habe nicht mehr so viel, was ich verkaufen könnte. Hm. Das Fleisch, was ich eingesammelt habe, wäre genug. Muss du noch irgendwas für mit Tieren sprechen? Ich habe ja auch nichts. Okay. Ich hole dann mal kurz das Eulbeerenjunge ins Lager, ne? Ähm. Ich habe nicht mehr genug Geld, um das zu kaufen. Ich kann das Gedicht nicht holen. Das ist... Wenn ich nie würde in der Reise sagen... Trank des Sprechens mit Tieren... Okay, ich habe das Gedicht. Tschüss. Jetzt kann ich mir ein kleines Bild und mich wirklich beeindrucken. Wir brauchen das Gedicht nochmal. Du kannst es lesen. Es gibt die Hinweise auf das Nachtlied. Aber wir wissen, wer das Nachtlied ist. Ähm. Ja, aber es ist trotzdem nützlich für Lore und alles weitere. Ich drücke her, wenn der Träger ein Ziel erhält, erhält dazu drei Treffekunkte. Mhm. Ich habe gerade flinke Blitzfüße. Das ist, glaube ich, effektiver. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er drei Blitzladungen. Ich glaube, das würde ich lieber nie behalten, oder nicht? Wenn du meinst... Willst du beim... Dann soll ich lieber die Stiefel des Beistands und Trost haben. Was meinst du? Irgendwer Blitzladungen oder lieber Heilung? Wenn der Träger ein Ziel erhält, erhält es zusätzlich drei temporäre Treffpunkte. Ich kann auch Karla tragen. Ich behalte es erstmal. Wo steckst du jetzt? Ich versuche, das Hühnerjagen zu gewinnen. Alter! Was ist das denn? Was war das denn jetzt? Ähm... Es wird jetzt erstmal wieder an Positionen gehen und ich muss es durch das... durch den Kurs jagen, um es zu gewinnen. Oh, hm. Guck mal zu. Was ist das denn? Oh, das Pathfinding ist so scheiße wieder. Boah. Kannst du nicht Tiere verzaubern oder so, dass du den da... Nein! Deshalb habe ich gefragt, ob es gibt die Tiere. Ich habe keiner. Ich habe nichts derart. Ich habe Befehlen. Wie könnte ich da... Geh' auf! Geh' ihn nahe zu den Bisschen. Ja. Wenn er lebt, mach' ihn zurück! Es ist faszinierend. Warnes Blasch ist in ihm. Geh' ihn. Geh' ihn. Aha. Sie freuen sich gerade mit ihm nicht an. Wir konnten was... Wollten wir es nicht im Lager haben? Geh' ihn raus! Wollten wir ihn nicht im Lager haben? Ja. Und was wir planen. Und wo... So muss ich ihn jetzt hier durchjagen. Und wohin willst du den entjagen? Hier. Oh. So. Ah, das Spiel gewonnen und dann, let's go! Ich weiß nicht, was du vorhörst, aber ich schau dir mal zu. So, jetzt wird's wichtig. Ich hab vorher noch nicht gespeichert. Wenn du es vergast. Ich werde nicht weniger als zwei kommen. Du bist ein... du bist ein... ...was ist tief in mir. Nur... nur ein... Okay. Was passiert hier? So, den Teil haben wir geschafft. Der Zwergschiss. Wer ist da, wer ist da? Ich will, ich guck ihn an, wo sie ist. Der Zwergschissier. Der Zwerdenbruch... ...gegitt das Zwergenbein. Der Zwer... Okay. Ja. Die haben ein Zwerg. Den Typen da hinten würde ich noch ganz gerne beleidigen und verprügeln. Wann darf ich ihre Suppe mal nicht vergiften? Sag bescheid, ich hab... Ich hab einfaches Gift bei dir. Ja, ich hab, ich hab das, äh, Wyvern Gift. Ah, okay. Beziehungsweise das Wurm Gift. Dann mach du das. Ich will jetzt erstmal mit Drescher hier reden und ihn verkloppen. Noch kein Schlachtanfang. Komm her, Glow. Aber du fühlst nichts? Na ja, nicht ich. Du besser lernen, wie ich spiele. Oder ich kicke deine Hände in, Hornface. Ha, verkerzt. Passiert. Du willst deine Zähne, Noctin? Du hast dich nicht gut. Na toll. Keine Sor... Das ist nur ein freundlicher Konflikt hier. Ich will jetzt nicht das ganze Lager auf der... auf Ginozaun. Nein, das ist nicht das ganze Lager. Das ist tatsächlich einfach nur er. Okay, hast du gewonnen oder was? Ja. Es waren einfach nur ein paar Fäuste ins Gesicht. Ein Fäuste! Ein Fäuste! Ein Fäuste! Ein Fäuste! Ja! Da! 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 Ich hab's getan. Ein Fäuste! Ein Fäuste! Die Kinder sind da hinten, mit denen wir reden können. Goblin Kinder. Ja. Lass mich mit ihnen reden. Ich rede weiter schon. Also Mist. Und so zu Ende, da bist du. Ach ja. Bist du ihn auch demütigen? Gut. Du sagst noch, du hast etwas tolles. Du kannst du das nicht verhaben. Dust nicht bei dir ist. Oh Gott. Du kannst dir nicht verhaben. mittel ich habe auch nicht mehr mit geld naja schwert brauchen wir nicht ritualstab verdammt ist hammer so über den man sich die mal mitnehmen 5 bis 15 schaden wenn du möchtest klinge des steckens jeder treffer erfüllt das ziel mit neben der furcht es kann keine treffepunkte zurückgewinnen untote kettungen aus den beiden zwölf beim nachzeigen das ist schon nicht schlecht wenn du es gut findest das ist dein geld mit kampf spitz hat k nach wäre das vielleicht was großer knüppel ja man würde jetzt die schneidebritze also ein bisschen was zu essen mitnehmen und da looten wir die wenn wir sie besiegt haben wir looten sie wenn wir sie besiegt haben würde ich sagen ich nehme noch kurz hier items mit sonst können wir gleich das ding machen oh ich habe hier was vielleicht für dich eine zweihandachse plus eins ich bin doch speer ich war auch für karlach vielleicht ich habe doch das schwert das schwert was ich vorher hatte das flammenschwert ja trotzdem ist die frage trotzdem kann es besser sein oder mehr schaden machen oder sonst was nur gutes schärmen mittel du hast es mir geschickt oder ich habe dir die axt schon rüber geschoben ein zweihandachse 5 bis 16 schaden irgendwie immer glücklinge ich weiß nicht karlach kann ruhig vorher schaden machen und hat halt mehr hat auch mehr schaden ich habe dir nur das zeug rüber geschoben ich weiß nicht ob es gut oder besser ist ich habe keine ahnung von deiner ausrüstung ich habe eine kaputte laute die klaut ich habe ja was geklaut ich werde ich glaube jetzt habe ich den angehoff ausgerüstet noch nicht ich versuche mich rauszureden naja was soll ich machen einschüchtern täuschen überzeugen worin du am besten bist worin bin ich am besten fahrgabend ich versuche mir das ein bisschen das ist把fische du hast übrigens einen neuen schild ja wir müssen jetzt verkämpfen du Ich habe nicht so viel Geld. Du kannst doch ins Gefängnis gehen. Ach, die kriegst du wieder. Ich bin dann mal im Gefängnis. Können wir mich hier irgendwie rausholen? Das müsste doch direkt neben Eisen sein, oder nicht? Ja. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aus dem Dialog? Nee, aus dem Gefängnis. Ich kann die Eisengittertüren nicht aufbrechen, weil ich habe keinen... Kannst du mich hier draus befreien, Modi? Ich würde, ich bin gerade mit dem Kampf. Und ich kann dich nicht unterstützen, weil ich bin im Knast. Und ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus, weil ich habe keine Liedriche. Die sind alle in der Truhe. Ja, schön. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Das heißt, es wird fantastisch. Du musst dich ja unbedingt klauen. Ich wollte eine kaputte Harfe nehmen. Die rumlag. Ja, ich nehme halt nicht eine kaputte Harfe, die da rumlag, wenn sie rot markiert ist. Soll ich neu laden? Dann müssen wir das ganze, was wir am Camp jetzt gemacht haben, neu machen. Nee, du akzeptierst da... Du schaust einen Weg nach draußen. Es gibt immer einen Weg nach draußen. Und ich muss mich jetzt hier durch das halbe Camp prügeln. Das lief ja super. Hier gibt es scheinbar keinen Weg nach draußen. So viel dazu. Und man weiß nicht. Ich habe eine. Das ist schon ein Problem. Habe ich die nicht, die nach draußen sehe. Und ich habe die Hälfte nicht geklafen, oder wunderschönt. Das ist keine schwer. Ich kann dir schlecht sagen. Ich mache hier gerade gleich Entschuldigung. Das ist eine gute Idee. Ich kann nicht durch das Loch klettern. Wo er schon drin gestorben ist. Ich werde mal hier speichern. Ja, ich muss gerade Heiltränke saufen. Ja, ich komme hier nicht raus. Wenn ich ein Heibling wäre, kann ich hier vielleicht raus. Das ist aber... So wird das nichts. Ein Heibling kommt da durch. Jemand müsste von außen das Eisengitter öffnen. Ich gehe mich da durch. Und nichts von Use? Du kannst da mal runterkommen zu mir, wo auch immer ich bin. Und ich kann nichts an Möglichkeiten befreien. Zwischen mir und der Freiheit steht nur dieses verdammte Gitter. Du bist da hinten irgendwo, ja. Und wenn ich die Liebeswerkzeuge hätte, dann würde ich das aufmachen, aber die sind in dieser Truhe dort. Ich hole dich ja gleich raus. Wo bist du? Im Knast. Wurgzwinger heißt das Ding. Du weißt, dass du auch noch Kalach weiterspielen kannst und mich hier unterstützen. Ich bin in einem Wurgzwinger. Ja, okay, dann bist du ganz runter und spiel halt jetzt als Kalach erstmal weiter. Finde ich großartig. Ich gehe dir mal zum Wurgzwinger mit Kalach. Wenn du nichts dagegen hast. Ich lasse es doch erstmal spielen, aber erstmal normal, regulär weiter. Ja, würde ich gerne mit meinem Charakter. Du hast es auch noch nicht vergiftet, oder was? Ich weiß nicht wo. Ich weiß, das geht hier irgendwo, aber ich weiß nicht wo genau. Es muss irgendwo ein Topf, wo sie sich mit Alkohol bedienen sollen. Hier gibt es eine Vase. Hier drüben. Hier gibt es eine Feuerschale und eine Vase. Vielleicht kannst du es da versuchen. Ich würde mal ganz kurz aus Spaß gucken. Ich hoffe, ich triggere ich da was, wenn ich es da reingehe? Oder? Lass es. Ich würde gerne meinen Charakter befremd damit weiterspielen. Wenn wir jetzt in den Kampf stoßen, dann sind wir einer weniger. Und ich weiß nicht, was du hier noch oben willst. Hast du noch irgendwas vor, Oster da jetzt reinzugehen? Ich würde ganz gerne tatsächlich das Ding vergiften. Ich weiß nur nicht, wozu höll ich dieses Teil jetzt stehen soll. Hier drüben. Wo, hier drüben? Es ist nicht die Vase. Ich will es jetzt nicht öffnen, weil sonst wird keiner auch noch verhaftet. Vielleicht musst du das Goblin, das Zwergfleisch ein... Nein, es ist irgendwo hier ein Gefäß mit Alkohol. Punkt, das weiß ich. Keine Ahnung, vielleicht drin. Wenn du mir einmal... Wenn du halt hier einmal zwei Sekunden Zeit nehmen willst und mich googeln lassen, wo das Ding stehen soll, dann... Wie du meinst. Ich soll jetzt dafür, dass ich gerade noch aufverhaftet wird. Ich finde, mich auch anderen Blödsinn machen. Oh, hier sind Gemälde. Die können wir übrigens mitnehmen. Die sind nicht... Ah, da hinten. Okay. Ich habe tatsächlich rausgefunden, wo. Warte, ich komme mal. Ja, komm mal mit, Karlach. Ich habe ein paar Gemälde mitgenommen. Wir sind für die Goblins-Fert los. Nein, mein Gott. Ah, hier. Dann lass dich auch mal verhaften. Genau. Dann lass dich auf, wenn du dabei entdecken wirst. Nein. Ich fühle mich gar nicht... Oh, das ist so nervig. Ich start mal ab, denke ich... Ich starte mal ab. Ich starte mal ab. Ich starte mal ab. ja mach weiter es bringt tatsächlich was ich wurde angegriffen ich versuche es hat ihnen so schlecht gefallen dass sie mich mit einem stein beworfen haben ich mache es weiter wenn es ein badecharakter wäre könnte jetzt spielen dann würden die alle sich versammeln und werden wirklich abgelenkt aber so ja so jetzt nur noch warten nimmst du trinken ja sicher dann bist aber auch tot die heilerin die sitzt im knast ich hoffe dass wir drehen bis wir sterben oder nee aber obwohl es ein komplettes duft und die sind nicht clever genug du bist du bist du bist du trinken doch jetzt nicht ernsthaft da war es noch fünf jetzt sind wir im arsch die kriegen wir sind nur goblins und ein oger ich würde gerne mit kämpfen ja ich hasse das wenn wir das verlieren dann mit nur drei leuten am team und wir haben da hinten ein troll also wäre eine möglichkeit gewesen mein körper zu befreien aber der toll ist erstmal kein großes problem nein hat nur 41 hp und steht zu wir haben schon drei oger besiegt wir haben keinen oger besiegt doch werden die spielstand vielleicht oder nein wie du dich vielleicht erinnerst da gab es diese drei komischen lustigen typen unter anderem frank aber die sind kein vielleicht zu dem hier doch wir kämpfen nur mit drei leuten 14 schaden wow ja mit einem mit einem einfachen schaden der kann auch nicht viel mehr und ich bin dient viel spaß alleine ja und ich versuche jetzt erstmal alle hier zu mir zu kommen wo ich sie richtig schön mit lord of dagger später haa schön schubs ihn ja und kann das kann sein Jetzt ist... Jetzt wäre der Kampfrausch auch sinnvoll. Und wenn er nicht wieder was Schlechtes bringt. Der bringt dir nie was Schlechtes. 1 bis 6 Energischaden. Ja. Deine Waffe macht wenigstens W6er Force Damage zusätzlich. 1 bis 6. So. Dunkle Sicht. Und die Dunkle Sicht hilft dann auch später bei einem... Bei einem Bosskampf in Teil 2, äh nach 2 was. Weil in dem Moonrise Tower, da können... Da kann die eine Ongel da haben, die kann... Kein Fünsternis... Machen, was mich damals... Den Kampf gekostet hat, weil... Ich da nicht mehr angräfen konnte. Und alle anderen wild durcheinander gelaufen sind. Aha. Giftiger Bogen. Kein Nachwehr dran. Hast du diesen Angriff, mit dem du mehrere Gegner treffen kannst? Nein. Guck mal unter deinen Specials... Spalten hab ich. Spalten, ja. Spalten trifft mehrere, wenn ich mich nicht irre. Versuchen wir's mal. Ja, du hast 2 getroffen. Und den Uga noch angekratzt, das war doch ein richtig guter Move. So kämpft man taktisch. Gut, war nur der Summon, alles gut. Ja. Also, wir wären in dem Kampf schon schneller fertig... ...wenn wir einen Paladin hätten, der mitkämpfen würde. ...und ich nicht, was mir persönlich ging. Aber ich kann gerne weiter. Das war ein Crit und der hat nur 11 gemacht. Das ist mehr als 10. Vor allem kannst du auch immer noch so was heilen. Mit Heilzaubern. Nein, kann ich nicht, weil wir keine Heilzauber haben. Heiltränke, Entschuldigung. Auch die haben wir nicht. Keiner hat genau einen Heiltrank. Die Heiltränke sind alle bei mir. Dann habe ich immer noch genug. Hä, was soll denn die Scheiße mit Magic Missile? Warum trifft dieser Scheiße? Boah, regt mich das auf. 100% trifft, hast du gesagt. Muss er eigentlich, aber nein, tut er nicht. Tja, sieht so aus. Das war ein Fehlschlag. Großartig. Da drüben sind zwei Menschen, die da ganz schön was können. Wollte ich nur sagen, wenn du mal angreifen willst. Ja. Ich muss hier auch angreifen, weil... Ich habe mir gerade meine... Äh, dunkle Sicht, weil... Hey, cool, du kannst Darkness casten, aber... Du siehst in der Darkie offensichtlich nichts, weil... Ist halt so. Hm, aber die Gegner auch nicht. Und das daran fast tot. Ja, jetzt gucken wir mal, ob es wieder nicht trifft. Ja, der war ja schon mal fast tot. So, macht man Schaden. Ich gucke mal, wie ich da weiter um den Troll. Ja. Ich gucke mal, du dich um die anderen. Bin ich dabei. Das ist der geht doch. Ja, der Troll ist unbesiegt. Der Troll ist quasi unbesiegt quasi im Her. Ich brauche auch fünf Runden, um den zu besiegen. Ich bin ja den ganzen Kampf mit dem beschäftigt, während du alle anderen ausruttest. Dann siehst du, was der kann. Der ist vielleicht der stärkste Gegner. Mein Stream gerade ja nicht. Na bitte. Sollen wir plündern, oder? Natürlich. Ich komme sonst noch ins Gefängnis. Hat der Troll was Interessantes dabei gehabt? Ne, der hatte nichts. Weißt du was, ich nehme einen gebratenen Zwerg mit, wenn wir schon da sind. Haben die Menschen irgendwas Sinnvolles bei sich gehabt? Ne, Gold und ein paar Waffen. So, ich geh da jetzt mal rein. Ich bin sofort auch dabei. Wir müssen da eh hin, um Heilsinn zu retten. Oh, komm jetzt. Ich bin sofort dabei. Ich würde noch kurz gerne gucken, wie ich da bin. Mach das, ich bin schon dran. Geht. Wir haben sie jetzt, oder? Und wenn die Welp singen, dann wissen wir, wer sie hat. Ich. Mein. Hey. Hey. Ain't no party in here. We're doing the absolutes work. State your business. Now. Und mal die Mikro. Ja, ich bewege mich Millimeter. Bewege dich nicht. Ich habe eventuell gleich wieder einen Kampf. Oder auch nicht. Okay. 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 Wir müssen hier aufhören und dann abholen. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen auf anfangen. Aber das Absolut sagt, wir sind jetzt alle schön. Also in ihr gehst, ich glaube. Blöde Racket! Oh, komm jetzt! Sie haben nur ein bisschen Spaß gemacht! Such dir mal den... ...des Gefängnis. Ich hab hier schon ein paar Katzins. Wie fühlst du sie in dir? Ich höre sie nur von dir, Christus! Wo war denn das... das Gefängnis? Ich glaub das war irgendwo hier. Ganz hinten. Wo ganz hinten? Durch die Halle durch, oder? Ich bin in der Haupthalle gerade. Gut, ich mach mal kurz ne kurze Rast. Äh, ich würde dann... ich würde tatsächlich erstmal ganz gern kurz... ...die Nebensachen machen. Vor allem möchte ich gern... ...mich von dem einen Priester verprügeln lassen. Viel Spaß, ich geh mal meinen Charakter holen. Und ich den finde. Hier ist ein verschlossenes Eisenturm. Ist das das, worüber wir hin müssen, oder? Ja, guck dir nur die Sequenzen an, die ich jetzt hier... ...habe, während du dein Zeug machst. Ich kann da nicht rein, das ist das Problem. Hast du irgendwelche Liebes... Hast du Liebeswerkzeuge oder so? Habe ich tatsächlich. Kannst mal hier aufmachen, dass ich da reinkomme. Komm du... komm du erstmal rüber. Die Frage ist nur, möchtest du... ...Bonusschaden haben, wenn du auf unter 50% leben bist, oder soll ich das nehmen? Und was für ein... worum geht's? Um die Segnung von dem Priester hier hinten. Momentan kann ja eh nur Carla. Ja, meinte ich. Ja, sie ist ja auch Frontlinie. Mein Gott könnte das gut gebrauchen, aber die sitzt grad im Knast. Ja, mein Gott, beschwere dich weniger. Jetzt komm halt entweder ein Tal rüber, oder ich nehm das. Geht nicht, ich werd hier glaub ich auch grad verhaftet. Großartig. Guck dir wenigstens die Sequenz an, die ich dann gleich... Okay, ich kann den Hebel nicht öffnen, ich komm da nicht runter. Wo bist du denn zum Teufel? Am anderen Ende von dem Raum. Was beschwerst du dich denn eigentlich, dass ich das Spiel normal spiele und du wegen der Scheiße laute gefangen genommen wurden? Ich würd das Spiel gerne auch mitspielen. Das ist das Ding. Was ich grad nicht kann wegen dem Scheiß. Das erinnert mich daran, wie du reagierst, wenn wir hier in irgendeinem Fall im Paper irgendeinen Kampf haben. Das ist genau dieselbe Reaktion. Ich will mit meinem Karte gerne mitspielen, deswegen. Bin ich grad ein bisschen pisst. Wo bist du denn jetzt hingerannt? Ich komm zu dir zurück, wo Homer du bist. Ich hab gesagt, Haupthalle, andere Seite. Du hast auch sowas wie eine Map auf M. Na ja, zu schwit. Na ja, zu schwit. Andere Seite, ja genau dann. Noch ein Stück. Nachdreck mich. Ich hab gleich aus Versehen angeklickt. Sekunde. Ich bin dann in einer halben Stunde bei dir. So, jetzt hier. Von dem Priester kann man sich segnen lassen. Das wäre für mein Karte auch ganz cool, aber... Wen juckt's. Gut. Dann nehm ich's halt. So. Wen kratzt's. Hauptsache, du guckst die Sequenz an. Oh, wen juckt's. Mein Karte ist im Gefängnis, weil sie was schlechtes gemacht hat. Und ich komm nicht raus. Oh nein, Hilfe, jetzt verstehe ich mich drei Stunden lang darüber. Ich hab ein Stück Müll geklaut. Ja. Das Spiel ist fucking unlogisch. Nimm's einem irgendwie wirklich den gesamten Spaß, wenn du dauernd über irgendwas beklagst. Weißt du das? Beklag mich grad über die Unlogie dieses Spiels. Der Mann, der dritte Korb, der mein Freund arbeitet an dem, ich glaube. Während ich hier getrennt habe, muss ich zu erheben, dass ich die Goblin und ihre Methoden finde, sehr frühe und... ...primitiv. Pain without purpose is a terrible thing, wouldn't you agree? You know the Maiden of Pain, how refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing. One we offer up. If you would permit it, I can show you, first hand. I must see this. Don't you dare say no. Oh, I have something exquisite in mind. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. That's fantastic. Yes. That's fantastic. Yes. Yes. You are sweet, dear one. Yes. 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 Seid ruhig, liebe Kinder. Embrich es. Wollt ihr mehr? Wie ihr wünscht, lieber Herr. Verdammt. 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 Und jetzt ist es Zeit für eine Wunderschön. Es war ein guter Streich. Exzellent Form. Drei, Kind. Während ich das liebte, ich glaube, dass deine Reaktion war... ...lacken. ...lacken. Um Levitas zu bekommen... ... jede einzelne Streich... ...must mit einem honesten Lachen von Schmerz... ... oder vielleicht ein Tuch von Begegnung. Nichtsdestotrotz... ... danke. Und ich hoffe, dass ihr von heutes Litton gelernt habt. Aha. Ja, schade. Das war wohl nichts. Herzlichen Glückwunsch, du bist doch gut. Oh, keine Sorge. Und was habt ihr erst gemacht? So kommt man ins Gefängnis. Aha. Okay, muss dich jetzt auch noch befreien. Diesmal. Und jetzt mit Astallion und mit Karnach weiter. Ja, entweder das oder ich guck mal, ob du hier irgendwas übersehen hast vielleicht. Ja, entweder das oder ich guck mal, ob du hier irgendwas übersehen hast vielleicht. Viel Spaß dabei. Ich guck mal. Ich guck mal. Nun, ich komme dadurch das Tor nicht durch, weil dann... ... weil ich den Scheiter nicht berühren darf. das nicht woanders ist ja gerade auch nicht gerade auch gar nicht weiter gut sind wir uns auf ja natürlich das spiel hat definitiv softlock alles immer ja spielt es richtig scheiße kommst du dich kommst du irgendwie durch das geht dadurch moment das wenig zauberfläche und das was klappen du hast der zauber die das bringen könnten zum teufel sind wir überhaupt das geist ist jetzt unseren inventar ist daher unsere beiden inventar sind jetzt in einer kiste gemischt es wird auch großartig ja irgendwann kommt hier tatsächlich nicht wirklich raus wenn man keinen naja muss man es halt auf die altmodische Art machen die beweistur toll nehmen wir mein zeug wieder an mich ja das blutige amulett war meins aber gut nehmen wir einfach alles das blutige amulett hatte ich zwar im inventar aber gut nein hattest du nicht hatte ich definitiv das haben wir am letzten stream genommen ich hatte es sogar ausgerüstet aber okay du kannst es gerne haben ist es sowieso sinnlos schaufel nehme ich das buchen wir den 20 büchern dron ja die pfeile und tränke nehme ich weil du benutzt sie sowieso nicht bis zum absoluten hatte definitiv ich die färbermittel nehme ich auch wieder die flasche nehme ich auch wieder und gibst du das nur sonst magischen regnen die diversen fleischwaren nehme ich auch das war nicht braun können wir drinnen lassen ja steve das werkzeug benutzt zeug nehme ich den stoff bär hattest du stecken tief gut da sollten wir so viel bereit sein müssen wir mal rausrüsten ja alles klar sollen wir die anderen charakteren da mal kurz rüber bringen ja wenn die hier rüber kommen können vielleicht sollten wir erstmal da hin und da ich mache ich mache es ganz einfach indem ich hier den typen den typen was ich werde folgendes machen ich habe einfach kurz den typen hier äh dingens wir können hier gerade mal heisern befreien ja du ich habe nur Astarion kurz ins Gefängnis geschickt weil ist einfacher als ihn jetzt hier den ganzen weg durch zu gehen was muss mit Kada tun um ins Gefängnis zu kommen verkloppt den priester auf dem weg wenn möglich one hit ihn am besten ich will wissen was er droppt wenn er stirbt ok ich bin nicht im Gefängnis genannt dazu ja ich muss diese technik versuchen das ist schlecht das ist schlecht äh was ich bin nicht im Gefängnis hast du ihn getötet? nö dann schlag ihn nochmal bis du erwischt wirst jetzt ist sie da was ich sollte nicht in den interessierten Zeiten leben aber zu wirst du weil du wirst dann wie das ist ja und du hast zwei verbunden die draußen stehen weil diese weil diese funktionieren magisch Lass auf meinen Faden ich will nicht alles aufnehmen weil dann habe ich auch den ganzen müll bei mir ich habe vergessen dass der schlafer gut durchs kriegshorn ist das musterion nein ich meine kannst mitnehmen aber das ja du kannst das blasen ist es cool was bringt das benutze es mal stoßen um den ortbahn herbeizurufen die sie kriegen können aber wenn du einen pakt mit ihnen hast verschonen sie nach nötigkeit deine gruppe das klingt nicht so gut die sind tot keine sorge blass einfach mal natürlich speicherst du vorher ich bin nicht dumm also doch bin ich aber das war nicht schlecht so wollen wir jetzt mal heißen befreien wenn wir schon mal hier sind ja sicher moment die skippen dann antworte äh was in einem wollen tut sie da we're juicing it up the beast came in here with those robbers killed dink and me too boss is thinking of serving it to the war and it makes funny noises we made it squeal look look you see give me that rock i'll show you immer die paladin option nehmen ja das war wohl inerfolg we'll be the one screen and if we piss off the bear i can control the 30 bastard Ich liebe es, dass alle Goblins einfach britisch gemacht haben. Ich finde das sehr treffend. Ich dachte, die Halblinge sind die Briten. Okay, die Goblins angreifen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ja... Wir holen sie weg. Kadach ist einverstanden. Kadach ist irgendwie immer einverstanden, auch wenn alle anderen dagegen sind. Kadach ist irgendwie dafür. Die sind alle schwach. Achtung, da drüben sind noch Waage, die sind nicht schlecht, wenn wir angreifen. Die müssen am ersten Mal aus dem Käfig rauskommen. Ja, deshalb würde ich mich ganz gerne da platzieren, wo sie eben nicht erwischt werden können. Ich habe durch das erste Mal den Fehler gemacht, dass ich gegen den Bären gekämpft habe. Und der Bär war ziemlich... Ist er etwa so stark wie ein verwandelter Droide, willst du sagen? Ja. Das war ein ziemlich starker Bär. Ich habe kein Kind getötet. Es ist ein Goblins. Ich weiß. Ich finde es so lustig. Spinnen ignorieren. Goblin angreifen. Ich weiß, das ist ein bisschen... Es ist... Es ist irgendwo rassistisch, aber... Es ist ein Goblin-Kinder. Schieß auf eins. Ich habe eine bessere Idee. Auch noch schön recklos. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Wenn du willst, aber ich würde eigentlich... Wollen wir die dieses Mal ins Team nehmen irgendwie? Nee. Wir haben erst Harien und Karl noch. Lass uns mal einen Kämpfer sauen. Lass uns mal einen Kämpfer sauen. Wir gucken, dass er möglichst überlebt. Wir gucken, dass er möglichst überlebt. Der Kämpfer ist. Droiden sind ziemlich stark. Der wird sich jetzt um die Spinne kümmern wahrscheinlich. Wenn ich nicht im Kampf dabei bin, dann... Dann mache ich immer gute Kameraschwenks hier. Ich bin aber weniger guter. Ich bin irgendwie... Ein langweilig wird im Kampf dann. Und drücke ich immer auf den WSD-Tasten hin. Ist irgendwann ein bisschen... Schwindelerregend für die Zuschauer nicht, aber... Ja. Ja. Schön um die Waage und mich herum. Darkness nicht. Weil das dich auch einen Nachteil bringt. Schönes Geschmack. Cool, das hat absolut gar nichts gebracht, weil Fett... Darkness offensichtlich negiert. Das wusste ich nicht. Das war überhaupt nicht, aber... Naja. Das war ironisch gemeint. Okay, wie machen wir das am schlimmsten? Hierüber. Einfach so viele Goblins wie möglich killen. Mit den zwei Wagen da hinten? Mit denen komme ich zurecht. Okay, der ist abgewehrt. Wir können ja nur... Einfach mal Kampf rauschen. Wir machen danach eh eine Long Rest von daher. Ungröberer Geist. Was macht das? Keine Ahnung. Du kannst das auf jeden Fall wirken. Also als Zauber. Ja. Kann ich die Spinne irgendwie angreifen? Kann ich. Brauchst du Machtes Inquisitos? Ich meine, wir machen eh eine lange Rast. Kann ich den Schaden. Hau raus. Ich bin zu weit entfernt von dir. Das ist schlecht. Gibt's Hellsinn? Ich bin zu weit entfernt von dir. Also ein Schaden. Gibt's auch was dabei umgehen können, aber egal. Nein, der kraftiviert nachkommt an. Er ist Magier. Und der ist auf seinen eigenen Fett ausgerutscht. Und von Hellsinn getötet. So, da drüben sind noch. Zwei Gruppen. Zwei Gruppen müssen hier noch irgendwo sein. Da oben beide. Und eine Spinne. Ich blitze ein bisschen. Keine Spinne mehr. Ja. Kada ist dran. Sehr schön. Der Nächster. Ja, wir können uns jetzt schön positionieren für die zwei Waage, die gleich gekommen sind. Oder auch nicht. Und dann einen kompletten Overkill. Du darfst dich noch selbst platzieren. Du darfst dich noch selbst platzieren. Ich rutsche noch mal auf dem Fett aus, okay? Mhm. Oh. Ich kann schon mal Angriff machen. Ähm. Oder auch nicht. Doch, kann ich. Durchs Gitter. Oh. Der eine ist fast tot. Ja. Und wer war das? Das. Das warst du. Das war das Gitter. Ja. Ich werde jetzt mit langen Fäusten diesen Waage drücken. Ja. 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 Das war's nicht gefallen. Sehr schön. Ich bin nicht gefallen. Ich bin nicht gefallen. Das war's. Oh, ich habe schicke Stiefel gefunden. Ich habe Paisen gefunden. Wie gut das passiert. Ich schieb die mal in Paisen Stiefel gefunden. Ich bin der Druid Halsen. Ich bin der Meisters. Ich wünsche Martin. Wird das hier ein unvergisslicher Heiler-Funvergleicher. Ich brauche aber auch Hilfe. Ja, definitiv. Ach. Nicht der meiste opportune Moment, aber given die Länge, die du gehst, habe ich glaube, dass es keine Urgenheit gibt. Komm, dann. Was ist das Problem? Obwohl du lieber wirst, für eine Gruppe von Goblins warten. Oh, ha. verstöpflich. Onel sieht sehr mitgelegte, so mit den Mindflajern. Diese Halsen sind nicht in diesem Welt. Du hast nicht gesprungen, über die du brauchst nehmisch. Lass mich erzählen, was ich weiß. Ich habe die Parasiten noch lange genutzt. Also, seit ich erkunden, diese Säulen zu betrachten. Die Menschen sind durch diese Menschen. Es ist da irgendwas zu geben. Einen Bauklop. Und sehr viel Essen. Ich bin sorry zu sagen, ich kann nicht die Magik, das bedeutet, ich kann dich nicht kümmern. Das kommt völlig spät. Aber damit können wir uns zu anderen Zimmer raus. Und wir können vielleicht durch das Gitter durch. Aber ich habe das nächste beste Sache. Ich habe herausgefunden, woher sie kommen. Das muss sein, wo diese Enchantungen auf sie gelegt werden. Und es ist, wo du deine Kürze findest. Nein, das ist... Differenziert. Und da hinten, wenn du mutest, dann sehe ich dich ab und zu mal. Hinter ihnen langlaufen. Sieh auch, wie du da handelierst. Ah, da bist du gerade. Sieh dich da auf der Treppe stehen. Oh, wir müssen jetzt, glaube ich, herauskämpfen. So weit war. Wenn sie mit dabei haben, dass sie mit dabei haben, müssen wir hier, glaube ich, gegen die Goblin-Führer kämpfen. Das ist das Problem. Dann nehme ich ihn nicht mit, sondern sag ihm, er soll hier warten. Wenn sie mit dabei haben, wenn sie mit dabei sind. Wir müssen, glaube ich, sowieso kämpfen. Ich meine, das ist dein Spielstand und deine Entscheidung, aber ich würde ihn tatsächlich hier stehen lassen, damit wir alternative Wege benutzen können. Aber wir müssen ihn sowieso mitnehmen, ob wir ihn jetzt so mitnehmen oder ob der... Oder kommt er dann nach? Ja, trotzdem. Er soll hier... Er kommt dann nach. Be warned. My presence could make things more difficult. Ich kann nur meine Bärformen so viel Ich werde nicht helfen, aber... Attacken Goblins. Wenn ich dich mitnehmen, werden wir sicherlich dieses gesamte Ort haben. Du möchtest, die Diskretion zu nutzen, wenn die Goblin-Leader zu treffen. Okay, er brennt. Natürlich brennt er. Er darf auch immer weiter brennen. Er unterhält sich wieder. Er brennt und heilt sich. Er brennt und heilt sich. Sehr schön. Ja, dieser Mann ist äußerst intelligent, aber dafür mögen wir ihn auch. Ähm... Okay, was jetzt? Ich nehme mal ein bisschen Mensch noch mit, ne? Lange Rast und dann... Essen. Also... Ich nehme hier gerade abgetrennte Gliedmaßen und alles mit. So. Vielleicht kann ich einen Arm nach... nach dem Hund werfen. Ne, können wir nur essen. Es ist, glaube ich, Proviant, das können wir essen. Kannst du beim... Am Abend mit essen. Ich bin schon im Lager. Hast du das Achievement vom... Dass du eine komplette Rast nur mit Alkohol verbringst? Nein. Du kannst... Du kannst beim... Du kannst beim... Ich habe gar keine Sequenz. Ich habe Black Screen. Jetzt bin ich im Lager. Ich glaube, da fängt gerade was von Gläser an. Ich habe gar keine Sequenz. Bei dir zu gucken. Ah, jetzt sehe ich was mit dir. Nein, du... Du bist die... Du bist die Person, die hier... auswählen kann. Interessant. Was passiert? Du darfst wählen. Das Unwohlsein wegzwingen kann. Also ich sehe dich... Ich sehe dich da aktuell sitzen. Du siehst mich da gerade sitzen. Ich sehe mich selbst dort sitzen, aber... Es stand gerade, dass ich dir zuhören kann. Okay, aber was soll ich tun? Ähm... Die Stirn wischen? Die Stirn wischen. Du hast schuppen. Du hast schuppen und keine Haut. Ähm... Das ist nicht falsch antworten. Wir sind verloren. Wir sind verloren. Ich werde schnell mit meinem Blut sein. Erst du. Dann die anderen. Dann... Ich selbst. Ich schuppe. Ich schuppe. Ich schuppe. Ich schuppe. Du weißt... ... dass ich ein Drachenblut bin und... ... dass ich... ... dass ich... ... Blitzatem habe... ... und ihr das Messer an meinem Hals absolut nichts bringt. Also ich... Ich könnte jetzt in dem Moment Blitzatem aktivieren und ihr Gesicht... ... ihr Gesicht grüllen. Also das ist so ein bisschen... Ja... Ich glaube jetzt auch nicht ganz bewusst, dass wir da eine Atombombe haben, die hochgeht, wenn... ... wenn er stirbt und... ... ein Bombier, der nicht sterben möchte. Also ich glaube, sie ist ein bisschen... ... sehr fanatisch. Ich... Ich könnte ihr... Ich könnte ihr gerade in diesem Moment das Gesicht grüllen, wenn ich einfach nur den Mund öffne und... Also ich meine... Das Messer ist ein bisschen... ... uneffektiv. Das zeige ich gerade. Letztes Gedanken erkunden. Wir sind überschöpft. Leg das Schwert weg, bevor ich... ... bevor ich dein Gesicht grülle. Seht ihr nicht, wie weit es euch nun gekommen geht? Gebt mir die Klinge. Ich mach's... Ich mach's schnell. Ähm... ... und jetzt die Wuffer kommen. Oder auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass ich meine eigene Meinung vertreibere. Also, es scheint, dass ich deine Meinung vertreibere. Ich warte. Aber wissen Sie das. Ich schaue. Wenn die Krankheit nicht passen, nach der Nacht, ... ich werde uns alle enden. Na sicher. Ich dürfte jetzt eine Sequenz haben. Eigentlich auch. Wir gehen jetzt zu den... ... wir haben jetzt die... ... mit dem Imperator die Szene wahrscheinlich. Ja. Und Azzarion müsste noch vorbeikommen. Bei mir. Von mir zu gucken willst du nicht, oder? Du hast deine eigene Sequenz. Ich hab meine eigene. Ich hab meine eigene. Ach stimmt, ich hab mir ein Geflanke erstellt. Was hast du bei dir? Ich hab eine... Ich hab eine... Ich hab eine Cyberpunk Tieflingfrau offensichtlich. Das würde ich gerne sehen. Ich kann dir einen Screenshot checken. Ich kenne eure Stimme, habe ich schon mal gehört. Wer bei der Hölle seid, die ihr verschwindet. Die kriegt schon genug durch den Kopf. Combativ. Gut. Du musst dich sein. Ja. Auf Kontrolle. Meinst du jetzt. Das macht so viel weniger Spaß, wenn man willst, wenn man übersetzt ist. Das macht so viel weniger Spaß, wenn man... Wenn man weiß, wer es ist. Indemend. Gut. Wir haben nicht viel Zeit, also listen closely. Es gibt ein großartiges Potenzial in dir. Es kommt von diesem Parasite. Ihr Instinkt ist es zu resistieren, die es gibt, aber du musst es akzeptieren, es nützieren. Ich werde es von dir konsumieren, aber für den Sinn von uns beide, du musst es lernen. Ahem. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. A fight for the fate of Faerun. Du kannst das ändern, aber nur, wenn du dein Potenzial empfiehst. Das Fehl ist in die ganze Zeit. Ich werde zurück. Ich meine, diese Fliehennarfe, die uns irgendwie noch mal stärker macht, kriegen wir ja irgendwann eine Beratung, das Angebot, das wir uns irgendwie hier haben, wo dann irgendwie noch mal schwarze Adern kriegst und so. Die ich bis jetzt noch nicht genommen habe in einem anderen Spielstand. Vielleicht werde ich es diesmal nehmen. Äh, Katze hatten wir was von dir? Ja, der Hund will was von dir. Er hat was für mich. Super, ich bin blutleer. Er kam doch, doch vorbei. Das ist sch... Das ist irgendwie gruselig, gerade. Ich habe das Schwert im Bauch und ein paar, ein dieser, diese Klamotten sind irgendwie merkwürdig. Ja, ich muss mal gucken, wo diese ganzen Leichen gelandet sind. Was habe ich gerade erhalten? Knochen? Ja, er bringt dir immer ein paar random Sachen vorbei. Oh, ich habe Grenzenüberschreit, äh, Schreitstiefel. Waren die von dir, oder? Die habe ich dir rein. Die werden für Karnach vielleicht was Gutes, Adrenalinrausch. Ach, du bist blutleer. Hast du ihn dutschen lassen? Ja, klar. Ich schick mal das ganze Essen ans Lager. Sprich, den Fuß. Und den Rest. Wo ist ein Hundi? Wirf irgendwas, dann kommt er zu dir. Teddybär. Guck mal, dafür, dass das ein Teddybär ist. Mal, wenn ich da mal hier... Guck mal, guck mal, wenn ich den Teddybär werfe. Und was passiert, wenn er auf dem Boden landet? So, nicht ein bisschen... Der macht ganz schön Wumms. Das passiert immer. Dafür, dass das ein... Das muss ein Teddybär aus Steinen sein. Oh, hier liegt... Also, die Leichen sind aber alle weg. Bis auf den einen... Bis auf den beinahmten, ja. Jetzt wird Karnach was Neues. Ich hatte einen wilden Traum letzte Nacht. Diese beinahe Entität kam zu mir, versuchte, mich zu schützen. Sie sagte mir, die Parasite in unseren Händen... Sie haben alle den selben Traum, und reden jetzt über ihren Traum. Kannst du jetzt mal mit... Astarion darüber reden. Das werde ich definitiv tun. Die Frage ist nur, wie? Der Mann schläft nicht. Aber er hatte die Erscheinung ja auch. Also, er hatte ja... Das war ja jetzt nicht wirklich ein Traum, sondern... Er müsste es ja auch erlebt haben. Wo er nicht geschlafen hat. Okay. Schatten jetzt. Okay, schreit wird er was. Okay, schreit wird er was. Okay, schreit wird er was. Nichts. Nichts. Vielleicht nicht. Nichts. Ich hatte einen Traum. Ich habe jemanden gebeten. Ich habe jemanden gebeten. Ich habe jemanden gebeten. Keine guten Träum. Ich würde nicht die Träum mit dem Traum. Ich würde ihn nicht bedenken. Und du kriegst... Ich habe jemanden gebeten. Ich habe jemanden gebeten, dass ich nicht eine Erkrankung für gute Wärme. Ahem, es war ein Badger, ein Temptung. Gib mir ein bisschen Zeit, entwickelte eine Verbindung und vielleicht werde ich sie zeigen. So war es für mich. Nach meiner Exile, habe ich gefunden, dass ich nicht mehr daran erinnere mich daran erinnere mich. Aber ich erinnere mich daran, dass ich mich stolz auf meine Schmerzen. Die Frontiers demanden eine Schmerzen. Und, dass ich mit dir, als mein Liefer. Die Zukunft sieht ein wenig weniger aus. Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen dann mal um töten Goblin-Anführer. Das darf nicht reden. Na dann. Töten wir jetzt die Goblin-Anführer oder was machen wir jetzt? Wir töten die Goblin-Anführer. Können wir mit der, mit der, mit der... Können wir, äh, nützen Weg, die, diese Drow auf unserer Seite zu kriegen, oder? Nein, wir müssten sie anschließen und wir werden jetzt nicht, nicht mehr Halsim verraten und die Tieflinge-Dinges. Dafür sind wir Beyond. Okay, dann töten wir sie. Ich bin grad zu einer Tür raus. Ja, die müssen wir töten, die mit der Priesterin könnten wir sprechen. Ja, die Priesterin ist leicht. Ja, aber da hätte ich... Da wollen wir vielleicht die Alternativ-Sequenzen angreifen. Wollen wir die angreifen? Nee, wir machen jetzt nicht die Goblins, die ficken uns nicht. Wir können hier rüber. Komm mal hier mit. Da gibt's eine Abkürzung. Folg mir. Hey, du musst, du musst klettern? Ja, da drüben ist die, da drüben ist die erste Gegnerin, da können wir schon gegen die Kämpfen hier. Äh, Mintara, ja. Moment. Mintara. Bin schon hier. Warte bevor du machst, ich möchte, ich warte, ich möchte die Zauber erstmal, Justi. Eventuell zu spät. Ich geh schon mal über die Brücke, weil wenn die Brücke einbricht, sind wir am Arsch. Die bricht nicht ein. Doch, die bricht ein. Das wäre mir tatsächlich neu. Ich möchte jetzt erstmal meinen Quasiten wieder haben. Stopp. Bevor du weitere Dinge tust. Erstmal das hier. Positionier mich auch schon mal. Ich kann das wieder weg. Dann... Kronos, Wahnsinn, brauche ich jetzt nicht. Wo ist die Dolchwolke? Ich sage, wenn du Bescheid bist. Ja, wenn du... was... äh... Ich sage, wenn du bereit bist. Dann greife ich an. Ja. Dann greife ich an. Nee, ich würde erst mal reden. Ich vergesse die Dolchwolke zu lernen, scheinbar. Lass mal erst mal reden, bevor wir angreifen. Soll ich schon mal mit dir reden? Das dauert eine Weine. Ich würde... ich würde sagen, ja. Die Diener ist die einzige Sache, die sie gut sind. Ich bin mir im Geruch. Ich bin mir im Geruch. Ich hatte ein paar Fertenzierungen in den Herzen. Sorry, Mistres. Wir sind wegge physical. Until das Sanctuary ist найд. Ich nehme mir etwas von dir zu... nach jeder Zeit die vorbege Blauzen. eine Trinkette. eine Tung. Eine Limm. Es gibt keinen Fall ohne mit meinen... Die Leute werden den Präzter schweilen schnell genug. Ich versuche, jetzt noch silence, Kreatur, oder ich werde dich für immer silenceen. Als sie dich umgeht, ihre Gedanken mingeln mit deinem. Eine kühlte Hand, die deinem Gehirn schraubt. Die Kammel schraubt weg, um eine dunkle und schweizendung zu erheben. Oh, ich will den Dialog raus und sie schon mal angreifen. Nein, das bitte. Das unterbricht vielleicht den Dialog. Ja, mach das. Und das haben wir gerade oben gesehen. Du bist tot. Die Gäste zu mir! Und auf geht's. Ich hoffe, du bist für die. Oh, du bist gar nicht im Kampf drin. Ich weiß. Deshalb, ich wollte die erste Aktion geplant haben. Erst haben wir jetzt nicht direkt das Netz. Carsten, und sie? In dem ich drin bin? Ich bin gelähmt. Da wurde was passiert. Ich bin am Arsch. Und ich kann sie nicht angreifen. Weil da das Netz zwischen ist. Fantastisch, hat's gut geplant. Äh, du bist tatsächlich nicht eingesponnen. Du bist von ihr verzaubert. Das hätte sie immer gemacht. Ja, aber ich kann da nicht hin. Ich kann da jetzt nicht hin. Ich kann jetzt nicht zu ihr. Das ist ein bisschen problematisch. Kann ich nicht Fährkampfangriffe machen? Mit Carna. Jetzt brennt ja das... Minecraft sein Spon. Oder... Ja. Was machst du da oben? Gegen Goblins kämpfen. Das Spähauge sollte übrigens so schnell mich ausschalten, weil das ruft zur Verstärkung. Deshalb habe ich Astarion da platziert. Aber lass das Astarion nicht runterschubsen. Astarion kann von der Brücke geschubst werden. Sobald sie so lange draufsteht. Deswegen... Ach du Scheiße, ich bin tot. Ja, das passiert aber immer. Weil sie immer als erste Aktion whole person castet. Deshalb wollte ich eigentlich ein bisschen was vorbereiten. Und du? Das ist ein bisschen scheiße. Guck mal wie es läuft. Ansonsten laden wir rein. Vielleicht kann ich mich saven. Mit Carna. Das ist ein bisschen scheiße. Kann Astarion da was machen? Der wird jetzt erst mal sich ums Auge kommen. Wow, als ob das nicht funktioniert hat. Das hat doch noch fünf Weltspielen. Und dann bin ich auf NHP. Das ist ein bisschen scheiße. Ich muss mit Carna jetzt zugreifen. Das ist ein bisschen zu schlagen. So, das Spiel ist weg. Ich konzentriere mich erst mal darauf, die Mentara zu... ...damagen mit Carna. ...und hoffen, dass mein Carna das aussieht. Aber wenn nicht... ...wird es interessant. ...und... ...wird so drauf da. Kampffroche war mal gut gewesen. Aber was soll's. Mhm. Zu spät. Ich bin da eher alleine gegen Mentara ein bisschen... ...aufgeschmissen. Und sie kann sich heilen. Das hab ich vergessen. Das ist ein bisschen scheiße. Sie kommt jetzt zu euch rüber. Viel Spaß mit dir. Und ich krieg hier Schaden von deinem Zauber. Nein, mein Zauber ist schon längst vorbei. Und der von irgendwas anderem. Weißt du was, ich hab das Gefühl, es ist Zeit für... ...ein bisschen Chaos im Kopf. Warte mal... ...warte mal, bis Mentara auf der Brücke steht. Dann kannst du vielleicht die Brücke zerstören. Mit einem... ...mit einem Flächeneangriff. Nö, ich mach was lustigeres. Dann ist sie erst mal aus dem Weg, wenn sie... ...wenn sie in die Grube reinfällt. Dann können wir sie nicht looten. Das wäre ein bisschen scheiße. Die hat eine... ...die hat glaube ich... ...nicht schlechte Rüstung. Sie hat sogar eine sehr gute Rüstung. Ich glaube ich habe es damals ins Loch geworfen. Deswegen... ...wir sollten sie irgendwie versuchen zu töten. Und das ist eine Armee von Spinnen bei dir. Ja. Die befinden sich aktuell alle auf einem Platz, aber ich habe den Spinneneiersack geworfen. Hm. Hab ich gesehen. Vielleicht können die ein bisschen Schaden ausrichten. Ja, den hab ich... ...nein, könnt ihr nicht. Und die Brücke ist kaputt. Und die Brücke ist kaputt. Na, was passiert. Eigentlich wollte ich meinen Charakter retten, aber was soll ist. Das war nicht schlecht. Da hat Carla halt wieder den coolen Helden-Moment. Wieder. Ich hoffe, mein Charakter hat noch ein paar Runden raus. Ja, safe. Ich glaube, im Multiplayer kannst... ...oder auf dem steht, kannst du auch nicht wirklich dadurch sterben. Ja, sondern wenn du jetzt nochmal Schaden kriegen würdest. Na komm, Carla. Wie kannst du ein paar Sachen rüberschicken? Oh, Tava. Hast du noch ein Spinneneier? Nein, ich könnte maximal den Beholder noch werfen, aber den möchte ich nicht jetzt! Den nehmen wir für den Orenkampf. Scheiße, den Orenkampf. Ich meine, den nimmst du für das Elder Brain am Ende. Obwohl das auch nicht so schlimm ist. Der Elder Beinkampf. Ich habe ihn noch nicht ganz zu Ende, aber bisher... Ich glaube, der Rest wird auch nicht mehr so. Das ist nicht gut. Geh mit Kalach weg. Geh jetzt irgendwo hin. Scheiß auf die Gelegenheitsangriffe. Geh hauptsache weg von dem Goblin. Der ist jetzt nämlich mit Korn of Madness. Ich weiß nicht, ob das was wird. Jetzt geh weg. Genau so. Ich mache mal endlich den Kampf raus. Wird Zeit. Über später als nie. Magische Vergeltung. Ah, wenn du jetzt Schaden kriegst, dann kannst du Schaden auf den, der dich verletzt hat, machen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Natürlich kann ich in der nächsten Runde meinen Charakter wieder bei dir. Du hast übrigens eine Schriftrolle oder die Rolle ist wieder bei dir zu. Und das mal... Hat Kalach eigentlich auch mal wahr. Ja, aber du bist woanders. So. So viel dazu. Ja, so ein Problem hat einen Minterra angegriffen und lenkt dich gerade ab. Warum tut er das? Weil Kronel ist wahnsinnig aktives bei ihm. Ja, wenn ich sie jetzt nochmal angreifen kann, dann ist sie auch am Arsch. Und wenn sie mit Kalach jetzt noch einmal ausschalten kann. Starken Angriff, rufst die Ausführung. Oder du mal ein Missile schickst. Töne etwas anderes. Es sind noch 21 Spiele, also es könnte... Es könnte schnell vorbei sein, wenn es noch ein guter Angriff kommt. Oh, zack, ist ja auch schon fast. Ich hab sie drinnen gleich. Ah, das hat sie verfehlt. Und noch ein Gegner. Mein Karte aufhelfen oder mit Tara besiegen? Schlag auf sie ein. 4 HP. Hast du noch einen Angriff, den du auf sie schicken kannst? Du musst es enden. 4 HP noch. Könntest du das beenden. Äh, was passiert hier gerade? Sie hat sich selbst in den Luftgejagd. Okay. Oh, wie sieht es aber auch gerade nicht sehr schön aus? Ja, der Wahnsinn hat im richtigen Moment gezündet. Das war übrigens das. Mein Charakter hat gerade irgendeine Scheiße auf euch, auf die beiden geworfen. Aha. Und ich kann dafür nichts, weil ich bin aktuell wahnsinnig. Du könntest die Wahnsinns-Handschuhe-Sachen ausziehen. Ja, aber das ist nützlich. Siehst du ja. Das ist ziemlich unnützlich, wenn du in einem wichtigen Kampf dann wahnsinnig wirst. Das passiert nicht, wenn ich Schaden mache. Das heißt, ich kann das tatsächlich aktiv nutzen. So wie jetzt gerade. Na bitte. Ich hatte darauf gehofft, dass der halt die Masse an Gegnern effektiver als ich jetzt bekämpft. Und mich selbst teilen kann ich gerade nicht. Nee. Na, du kannst auf den Wark schießen. Die anderen muss ich mich hier drüben machen. Ich kann mit Karla-Karp gar nichts mehr. Cool. Warte, die Zeit benutzt, um zu gucken. Das ist das Helm-Tutorial. Aber ich kann mich jetzt, glaube ich, selbst teilen. Und ich nutze mal die Zeit, um dir... Bringst du dir jetzt ein... Die macht jetzt Inquisitors zu geben, oder? Nee, lass mal. Viel anderes kann ich gerade nicht, weil ich bin... Du kannst mir aber mal die Kleidung von... ...Mintar als Silvetar ziehen. Später. Hätte ich ganz gern. Gut. Später. Und ich behalte sie selbst. Nein, die Kleidung... Die Kleidung will ich erst Tarion geben, weil... ...der sieht sehr attraktiv damit aus. Im Kern. Okay, ich kann nichts machen. Zumindest im nächsten Kampf erst mal. Äh, okay, warum kommen jetzt Gegner aus... Und warum bin ich jetzt bei ein hoher Raxlin im Kampf? Und warum kommen da jetzt Gegner raus? Was haben die damit zu tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass ich hier rüberspringen kann. Es kann sein, dass ich hier rüberspringen kann. Nee, jetzt nicht mehr. Ich kann einen Fernkauf machen. Ich kann dir ein bisschen helfen. Ich kann einen Wapos helfen. Wäre gut, dass Tarion zum Sterben kommt. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, aber... So. Hände auflegen wird hier nicht helfen. Ähm... Doch, Hand auflegen auf dich selbst. Macht das Inquisitor, hilft dir das jetzt was, oder? Nein, ich bin ja keinem nichts. Gut, aber ich kann hier nicht wirklich mitkämpfen. Warum ist Karla jetzt in der... ...in der Finsternis-Volke? Weil sie gerade von einem Pfeil getroffen wurde. Passt du eigentlich auf das auf, was auf dem Bildschirm passiert, oder nicht? Ich bin mal rübergekommen. Schön. Ich habe hier einen Kumpel. Müssten noch waren es nicht, oder? Nein, das hält für eine Runde. Aha. Wo gehst du denn hin? Ich darf noch einen Gegner. Den einen... Ja, den einen Gegner hier killen. Ich muss ihn runter. Ich habe es versucht. Hier drüben habe ich übrigens alles gelootet, wenn ich es mit Karla rüberkomme. Aber... ...braucht er nicht da wieder hin. Da gibt es nichts mehr. Du willst ihn mit Taro mitnehmen. Erstens würde ich das ganz gerne treffen. Doch, du hast tatsächlich was vergessen. Aber das hole ich gleich. Ich habe die beide gelootet. Ja, ich weiß. Da ist aber noch ein Kistchen gestanden. Bei mir drüben und hinten im Eck. Ah, da oben steht noch einer. Na ja, Barak. So viel dazu. Viel Spaß da drüben. Alles gut. Ah, du wirfst einen Goblin. Du bist kein Barak-Charakter mehr. Ich weiß, aber ich habe einen Mönch mit Werfenbild. Das fühlt sich jetzt immer ganz gut. Wo ist der Charakter, den... Wo ist die... Wirken wir in den Fernkampf. Hier. Oh, gar nicht mehr viel. So, da haben wir es. Wir brauchen jetzt mal einen langen Rast. Ja. Warum habe ich Mentara's Sachen nicht? Warum habe ich... Ach, das ist halt Kana. Kana hat gelootet. Mentara's Freizeitkleidung. Wie willst du es noch haben? Die hätte ich ganz gerne, ja. Die ist wichtig. Viel Spaß. Ich bin ein Pyra. Sehr schön. So, jeder Handschuh, die kriegt Kana. Ja. So, die Wasserfunkler. Wolltest du ein Elektrizitätsbild haben? Ich bin ja schon komplett auf Lenkenelektrizität. Bin ja hier mit, mit schon, mit der Waffe... Dann kriegt das Astarian, der kann nämlich aktuell create water mit seiner Waffe. Also Elektrizität habe ich mich schon durch Spezialität... Spezialität, das ist bald, ich kann nicht mehr reden. Ich muss ihm... Hatte die nicht eine Rüstung, die... Die hatte doch eine Rüstung, oder? Mit Mentara. Und da habe ich mich da... Keine Ahnung. Ich habe nur deren... Was ist sie eigentlich? Ich habe nur deren Droh, die da einen Schuhe. Dann hatte sie wohl... Dann hatte sie wahrscheinlich eine... Äh... 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 Fantasy-RPG-Rüstung an. Das heißt, nur ein BH. Das kann das sein. Die wird das wahrscheinlich dann auch sein. Der wird zwölf ist die... Verstohlenheit. Du hast einen Bonus von plus eins auf Heimlichkeitswürfer. Das bringt dem... Das bringt gerade absolut gar nichts. Oder doch? Was für eine Rüstung... Äh... Was für eine Art Rüstung ist es? Ist es ein leichte? Leichte Rüstung. Spinnen sein nur Rüstung. Selten... Verstohlenheit. Zwöl... Rüstung ist das zwölf. Äh... Dann gibt... Gib mir die mal rüber, dann ist das für Astarian was. Der kann... Ich möchte es auch für Karnacht und... Verbaren sind ohne Rüstung am effizientesten, genau wie Mönche. Ach, sieht doch blöd aus. Ja, wie gesagt, schiebst mir einfach mal rüber. Ich hab damit tatsächlich... Ich hab eh schon die... Ich hab eh schon die... Ich hab eh schon die... Ich hab die Rüstung des Zeckenwandras genommen, was das... Eine mittlere Rüstung... Karnacht trägt. Eine Seemünze, die hab ich auch noch nicht eingesetzt. Ich hab ein Gedankenschinder-Parasite-Exemplar. Das ist mit Tars-Gedankenschinder. Na, Punkt. Stiefel des Schreitens. Fokussierter Schritt. Und ein Zauberwüchst, der Konzentration erfordert, er... Lähnst du Einzug lang Wucht. Während du dich konzentrierst, kannst du nicht umgestoßen werden. Dass du liegend bist und nicht gegen deinen Bögen bewegt werden kannst. Stiefel des Schreitens. Ich glaub, das ist auch Kommentar, wa? Wenn du ein Zauberwüchst, der Konzentrationen erfordert. Hab ich irgendwelche Zauberwüchst, der Konzentrationen erfordern, oder? Nein. Hast du irgendwelche Zauberwüchst, der Konzentrationen erfordern? Astarionas Magiati, ja. Also bring doch in die Stiefel was. Ja, durchaus. Dann kann er mal in die Stiebe des Schreitens haben. Gut, man, gut, dass mir das Lootnaps noch nichts gemacht hat. Jetzt machen wir mal eine lange Rast und dann... ... du rachst ihn. Ja, äh, du müsstest auch die Elefidenlarven verzehren können und dann deine Kräfte freischalten. Warum sollte ich das? Äh, weil die Scheiße nützlich sind. Ich hab's grad bei Astarion gemacht. Astarion will reden. Ich hab die gerade beide reingehauen. Ich hab's grad mit mir geholfen. 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 ist noch haben oder nicht aufklicken gegeben oder wussten die müsste bei einem von euch im inventar sein und du kannst mit rechts hast du die erst dann verfahren dass du es dass du dir was der starke oder wo oder was hast du die gerade sind nicht sind die geteilt unter teilnehmern ich weiß es ich kann auch wenn man kriegst du die nächste hast du die katholik auf die nächste die die werden offensichtlich dann geschert das wusste ich nicht ja dann kriegst du die nächsten paar wenn du willst ich weiß noch nicht was die am nutzen das ziehen mich mal ausprobieren zum beispiel zum beispiel für konzentrations zauber kannst du dich heilen und 30 schaden machen ja mich ja du kannst auch wenn gegner zaubert ihm psychischen schaden machen du kannst die hälfte von deinem lebenspunkten verbündeten geben du kannst vorstürmen und auf dem weg alles niederwalzen du kannst ja zum beispiel du kannst auf den ersten attributswürfe und ja du kriegst auf jeden fall bonus auf attributswürfe du kannst pro schaden ein wie vier psychischen schaden machen die du aber selbst dann auch nimmst du kannst hier ich bin übrigens schon mal im lager könnte man am rast machen ja es gibt auch eine nette fähigkeit wenn du alle kräfte freigeschaltet hast und dann zum beispiel gegner auf zehn lebenspunkte und das dann stirbt der instant und du kannst hier eine steuflschungsbestie verwandeln später was ich ganz gerne dann tun würde nimm mal nur alkohol für den lange rast ne ich mach autorauswahl wir haben außerdem nicht so viel alkohol und wir kriegen wieder eine sequenz hey nicht skippen es wird wieder mit dem es wird wahrscheinlich wieder mit dem ding zu sein warum schon wieder ich habe gesagt ich werde zurück warum kriege ich jetzt gesagt dass du okay weil du das genutzt hast erzähl jetzt gut dass du die sache nutzt vermutlich du bist bereit dass wir das nicht machen müssen sollten doch sie sagt uns dass wir das machen sollen ihr wollt sich unbedingt los werden verständlich aber ihr sucht eure lösung auf welchen ort ihr parisite ist ein jünger es ist wrapped in magick der prävent in vermövung weiter Du bist glücklich, dass Halter das wusste. Seine Instinkte sind richtig. Die Parasite sind nur ein symptom von einer größeren Krankheit in Faerun. Von Transformen in ein Mindflayer. Ja. Aber das ist nicht das einzige, die Parasites können. Sie sind Vessels für Kontrolle. Die Infected hören die Musik des Absoluts und glauben, dass sie ein Gott sein können. Das ist wie der Kult des Absoluts ist. Die höchste von ihren Räumen, die True Souls, tragen eine Tadpole wie du. Das ist wie sie bekommen ihre Orden. Das ist das, was sie zu tun. Das ist das, was sie zu tun. Das ist das, was sie zu tun. Das ist das, was sie. Mein eigenes. Just wie... ...Hells! Sie brauchen mich. Nein! Ich werde sie behalten. Du musst die Kulte benutzen. Nö. Nö. Hier ist noch eine Nachmesserung mit der Starion. Ich habe noch mal ausgeduscht. Nö. Nö. Ja, alles klar. Toilettenpause und dann... ...wenn wir gleich weitermachen. Bis gleich. Ist tatsächlich besser. Ich spinne seit dem Rüstung. Ja, sofort. Moment. Lass mich noch kurz hier... ...sachen färben und dann können wir gehen. Die Sachen färben? Ja. Ich glaube hier rüber geht es dann. Du bist noch im Lager. Ich bin noch im Lager, ja. Man kann auch einfach hier durch die Tür gehen. Hier oben ist noch ein bisschen Geld. Dann erleichtern wir uns den ganzen Kampf hier mit dem... ...auf dem Brücken. Wenn du die Tür aufkriegst. Ja, die ist nicht freundlich. Und rein dort. Schaffen wir es den großen da runter zu schubsen oder? Ja, deshalb habe ich das da noch versteckt. Der Tinter. Der Tinter. Der Tinter sich ein großes Loch. Da musst du aber vor ihm. Damit du ihn dahinter schubsen kannst. Und das darin ist auch im Kampf. Ja, ich habe ihn erstmal kurz verflucht. Sehr gut. Das war der zweite Plan. Wir lassen ihn für uns kämpfen. Am besten wäre es, wenn er da runter geschubst wird. In Abgrund. Aber das kriegen wir halt... Ist seine Rüstung so wertvoll? Dass wir die bekommen müssen oder... Die haben... Wir brauchen seinen Schlüssel. Wir müssen uns wohl bekämpfen. Aber wir können ja nach ihrem Kampf eine lange Rast machen. Wie gesagt, wir lassen lieber ihn für uns kämpfen. Das ist die Frage, wie lange das gut geht. Relativ lange Clown of Madness. Der Zauber auf den sich Asarion konzentrieren sollte. Den ich relativ gut schützen werde. Und der hat relativ viele Angriffe. Der gute Mann. Okay. Da ist der eine tot. Jupp. Der Kampfrausch. Die Kampfrausch, der nicht vergessen. Ahem. Ich lerne es auch irgendwann noch. Ne. Das ist ein Böger. Sionischer Rückschlag. Boom. Das sind die Elifidenkräfte für dich. Ich weiß. Es ist Zeit um einen Halt zu beschreiben. Nur, dass du es weißt, denn das ist eine nützliche Fähigkeit wenn die jeder kann. So ist jemand in der Reichweite, den ich angreifen kann. Und ich dann gehalten. Ähm, nicht mal ein Fernkampfrecht bis dort hinten. Dann verzichte auf den Angriff. Das Schissen müssen Blut hier. Kann ich Astarium, macht es Inquisitus geben, oder? Du könntest das gebrauchen, findest du das gebrauchen? Aktuell nicht. Wir kämpfen gerade nicht im Nahkampf. Kann ich das selbst gebrauchen? Vielleicht. Ich weiß es nicht, das musst du entscheiden. Das musst du entscheiden. Es ist halt ansonsten wieder ein verschwendeter Platz. Ich kann es segnen. Nein, lass es bitte. Der Schiff sind bitte runter. Yes. Nö, ich werde jetzt erstmal die beiden da oben abtackeln. Moment. Wir haben da eine Brücke unter sich. Du kannst die Brücke unter ihren Füßen wegnehmen. Die stehen da auf einem dünnen Holzgerüst. Du kannst da den Abgrund schicken. Das hatte ich auch vor. Und ciao. Zwei weniger. So, Nahkampf bringt gerade nichts. Ja, genau. Zwei weniger. Astarium nutzt hier seine Aktion zu verstecken. Und verendet den Zug. Damit wir die Call of Madness nämlich aufrechterhalten. Und er uns jetzt erstmal weiter schön die Form lang halt wird. Jetzt ist sie sinnlos. Jetzt ist er da, Herr Zicker. Ja, dafür haben wir aber dafür hat er aber das Team dezimiert, oder? Kann ich. Es ist zu weit weg. Fernkampf geht nicht. Nahkampf geht auch nicht. Fantastisch. Kahlo ist nützlos. Ja, dann lass es halt. Aber ich kann sprinten. Wenn du es für richtig hältst. Ja, vielleicht kann ich dann irgendwann mal angreifen. Wenn ich einen Nahkämpfer spiele. Sie sind im Fernkampf ungebauchtbar. Oh, du kannst ihn jetzt blenden, jede Runde. Mit deiner Bonusaktion. Und wenn du mir sagst, wie? Nicht diese Runde erst ab nächster. Okay. Ich hab grüne Farben, das könnte ich schon. Das kann ich schon immer. Wäre das mal sinnvoll. Ich meinte, Carla kann jetzt durch ihren Kampfrausch den Gegner blenden. Mhm. Und du kannst wahrscheinlich schießen. Nee, es ist zu weit weg. Das ist das Problem. Die Armbrust reicht nicht so weit. Wenn du mal wieder runterkriegst. Wenn du mal wieder runterkriegst. Wenn du mal wieder runterkriegst. Dann ist es rüber. Nachher ist es zu weit weg. Genau das Problem war mir auch gerade. Jetzt ist er nicht mehr zu weit weg. Nein, dann Feuer. Nicht schlecht. Es wurde gefeuert. Er greift mich das festen an. Das müsste ich sein. Perfekt. Und jetzt kannst du angreifen. Erst Bonusaktion blenden. Blitzschlag ist das. Genau Blitzschlag. Na, hat er geschafft? Hat er sehr viel geklappt. Dein Grafmann. Dein Grafmann. Keiner hat ihren Heldenmoment. Hab alles, du kannst jetzt den, ähm, Du kannst den Parasiten jetzt nutzen, gerne. Nein, kann ich nicht. Doch, oben rechts. Neben dem, neben der Minimap. Oha. Yep. Zügell, ich kann auch, möchte keine Gedanken schon der Parasiten verwenden. Interessant. Dann benutze ich sie für dich selbst, du. Keiner möchte das nicht. Ja, wie gesagt, dann benutze ich sie für dich selbst. Gesundheit übertragen habe ich. Konzentrierter Explosionen. Energie-Tunnel. Günstige Ausnahmestranslage. Oder psionische Überladung. Sionische Überladung klingt doch nicht. Ja, psionische Überladung habe ich auch benutzt. Explosionen ist auch nicht interessant. Die Explosionen hat Astarion schon, das brauchen wir nicht mehrfach. Und du bist kein Magier, das heißt, du hast keine Konzentrations-Space, das heißt, das ist ein bisschen los für dich. Das ist nur die Hälfte deiner Verbindenden. Ne, ja, vergiss es. Günstig Ausgangslarauf, den ersten Angriffswurf oder Attributswurf, den du gegen den beliebigsten hast, das ist ein Bonus. Ja, das heißt, schubsen wird effektiver. Stimme vorwärts und stoße, alle Objekte und Kreaturen nehmen vier Meter von dir weg. Ne, das ist ja, das ist gegenteilig von dir was für dich. Doch, das ist sehr stark. Das ist fucking stark. Ich habe jetzt ein bisschen übernach genommen. Das ist generell nützlich, ja. Jetzt habe ich so eine Narbe bei mir, in der Hand. Ja, und dann wirfst du sie auf das entsprechende drauf. Aha. Sieht jung und gesund aus. Ja, du. Gehirn braucht man doch nicht. Als nächstes habe ich Attribute dazu. Oder einen Lampengrieber. Du hast nur einen. Ja, wenn ich das nächste Mal mache. Ja, genau. Ja. Und ich habe mal einen Schiefhund bekommen. Glaube ich dir. Ich habe noch ein bisschen Spielzeug für dich. Ich glaube, für Kalach wäre es nicht schlecht, wenn sie die Handschuhe hat, die ich dir gerade drüber gegeben habe. Ich habe noch eine Narbe für dich. Die habe ich dir gegeben. Alles? Alles? Handschuhe des gründelnden Verlierers. Das ist dann das Defundroon. Tapfigkeit des Unterlegenden. Der Trigger ist bei Nahkampf an den Griffwürfen im Vorteil. Das wäre auch für meinen Charakter auch im Vorteil. Wenn umzingelt ist. Ja, das wäre für euch beide gar nicht schlecht. Das gebe ich lieber meinem Charakter. Dann kann Kalach die Handschuhe des Geschossfangs kriegen. Und wo die finde ich auch ganz gut. Und dann kam für sehr Kalach. Und jetzt schon die Handschuhe vom Tod, die der Handschuhe. Egal. Ja, ich habe kurz die zwei Bosse bei uns des Lager gelegt. Sehr schön. Krass, das ist doch ein Thron. So muss das sein. Das war mal ein Thron. So, nächster Kampf. Wir haben noch genug Energie für die Priester. Ich hätte jetzt erst mal weiter erkundet. Oben die Schatzkammer habe ich gelootet. Da hast du die Ausrüstung her. Ich wollte ein Gedankenschinder. Ja gut. Den haben wir auch schon gelootet. Ich würde die Priester noch mal aufschalten. Dann können wir erkunden hier. Wenn alle drei tot sind, dann haben wir uns erfrieden. Und die ist nicht so schwer. Jo, ich mache sie kurz fertig. Moment. Ups. Kampf beginnt schon. Obwohl, jetzt haben wir das geskippt mit dem den schönen Dialog, wo du dir ja da hättest du dich heilen lassen können und zum 10. noch irgendwas gemacht. Ja, ich weiß, dass das haben wir geskippt, weil du es schon weil du wolltest ja unbedingt aus dem Knast rauskriegen. So, Fernkampf. Ist ja auch der Raum aufgeräumt, und dann haben wir hier und ich erst mal Ruhe. Kommen wir uns noch um die DOS, die am Eingang stehen können und dann haben wir hier da gehört der Raum uns. Das Ganze. Da haben wir kein Problem, jetzt keine mehr. Ist das Kommen in der Lage aufgeräumt? Das war schockierend. Und das war fast lustig. Aber nur fast. Ich weiß. Wo bin ich hier gerade? Äh, was? Was passiert hier drüben? Ich muss auf Fernkampf zugreifen. Was kann ich? 1 bis 6 Energie schaden. Geworfen und leicht. Interessant. Da geht er down. Das ist eher ohne gut. Dein Zug. Ich gucke gerade, ob ich noch was Lustiges habe. Ist die Priesterin, ist die mittlerweile? Oder steht die auch anders? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ach, hast du voll ausgeschaltet. Fantastisch. Ich habe sie gelootet. Okay. Und ich habe sie gelootet. So. Ich habe sie gelootet. Ich habe sie gelootet. Also habe sie geloop. Wo soll ich von hier gehen? Welcher Weg liegt vor mir? Das wird nicht funktionieren! Mh mh Mist Danach brauchen wir nur eine lange Rast Bis auch schon Ja Von hier aus könnten wir dann auch mit meinem nächsten Steam ins Underdark Nein Doch es gibt hier einen Weg ins Underdark Von hier aus können wir Achso ja stimmt Wir müssen noch Polo befreien Ich muss mal hier runter Da kann ich noch nicht Ich finde gerne Ich hab noch nicht Ich bin der 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 macht jetzt erstmal gar nix. Wo ist denn der denn? Zwei verbleiben. Wo sind die? Ich blick sie nicht. Ist doch egal. Manchmal der einzige Weg raus ist durch. Ach, da oben sind noch welche. Kann ich nicht erreichen. Was habe ich jetzt gemacht? Das war Blödsinn. Du hast irgendwo hingeschossen. Diese Blödsinn haben alles gesehen. Das hätte ein Trefferwert, wenn ich jetzt hier rüber gerannt wäre. Und ich bin dumm. Das war ein verschwendeter Wurf. Oh, da hoch müssen wir. Da steht einer sehr mit oben. Ich schicke mich gerade auch da lang. Ist denn noch der da oben oder was? Keine Zeit. Mh hm. Kann ich den von dir aus erreichen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Wieder. Mist. Ich kann hier fliegen. Die Krähtkräfte nutzen. Mach ich nach dem Kampf. Warte, ich hab ne bessere Idee. Ja. Warte, ich hab mir Angst. Warte, ich hab dir zufrieden. Und wo ist er gelandet? Oh, da ist er gelandet. noch nicht erlernt sie hat sie gut ins zug immer pro zug wenn du einen angriff ausführst verringert der angriff entsprechend hat und gut des ziels um eins oder dampenfieber denn sie sind bei angriffsworfen im nachteil allein bei jedem oder sich einfach mal den energietunnel nutzen die tun das möchte nicht schlecht als wirft die gegner weg von mir das eher gegenteilig von dem was ich will wie gesagt such dir einfach was aus psychischer schaden sieben energietunnel verlagern und abwehr gut dass die fähigkeiten gar nicht auf dem schirm hat im kampf ich weiß bei dem steht der kampf immer aus draufhauen draufhauen und draufhauen ja eigentlich sollte ich den barbaren spielen beim paladin ist auch gut selbst beim barbaren vergisst du die fähigkeiten ich hole mal kurz volo raus mach das versteckt der da habe ich selbstverständlich nicht befreit ach doch den habe ich befreit ich erinnere mich cool danke fürs unterbrechen vom dialog brauchst du noch domplenze mitnehmen ne ich habe schon die wahre seele hier hinten ist noch ein typ wo ist noch ein typ können wir langsam ausbluten lassen ach schade ich mache mal dunkel hier suche das nachtglied okay da gab es aber hier einen weg ins underdark und da unten drunter gab es noch einen zwergen das hatte was mit diesem zwergengedicht zu tun da gab es einen zwergengedicht schrätsel mit dem platten und dann kommt man da durch ins underdark deshalb habe ich gesagt deshalb habe ich gesagt kauf das zwergengedicht habe ich gesagt habe ich bei mir immer noch ein paar ratten hast du sprechen hast du mit tieren sprechen könntest du mit der rat noch mal aktuell nicht ich habe nur tierfreundschaft gerade wann kommt eigentlich das nächste level ab habe ich gerade nachgeguckt demnächst aha dann geht es aber zurück in den knast ja wir müssen auch noch mit helsen reden ach so da wollte ich auch gar nicht hin da wollte ich auch gar nicht hin ich suche gerade den eingang zu den privat gemächern von der dingens da von der priesterin soll ich den schon mal soll ich den schon mal zum schreien schicken oder ja mach das die gemächer die sind auf der anderen seite links privat gemächer da war ich damals drin ja ich weiß da wo wir da wo wir noch nicht waren ich glaube da von dort aus geht es auch an die in sanderdark das auch der weg richtung die geben aus eine die die von her habe Hiler Lu Hiler Sie haben es geschafft! Die Lieder sind tot! Praise Sylvanas! Nein, das ist nicht richtig. Praise Sie, mein Freund. Die Grobe zahen Sie eine Schuld über die Mehrheit. Killing ist nicht meine erste Wahl, aber diese drei waren zu gefährlich, um sich zu leben. Wir gehen aus dieser Pferde, erst einmal. Zurück nach der Grobe. Ich mache meinen eigenen Weg dort. Ich kann es sehen, dass es dort ein paar Dinge gibt, und wir können darüber sprechen, was nächstes kommt, während mehr... ...bukolischen Umständen, als hier. Er verschwankt. Haisin ist jetzt im... ...ruinen Schrein. Als nächstes zurück zum... ...zum tiefen... ...lager. Oder was ist der Plan? Äh, die eine... ...Wache in der Kammer noch fertig machen, und da ist Underbarg, hätte ich gesagt. Ich würde erst einmal mit Haisin das klären. Erstmal zum Schrein dort. Unsere Ballonung erst holen. Das machen wir zusammen. Da gibt es ja... ...da gibt es dann noch dieser... ...mit dieser Rune gibt es dann doch noch... ...und da kriegst du noch eine... ...kriegst du euch noch eine gute Waffe und ein... ...und irgendwas gibt es da noch unten. Ich würde sagen, wir sollten... ...wir sollten... ...wir sollten zurück zum Schrein und dann... ...können wir hier nochmal zurückkehren und... ...weiß nichts, Underbarg. Also bevor wir uns Underbarg gehen, hier noch einen kleinen Abstecher... ...zuschrein machen. Ja, ups, ich hab noch ein paar Goblins. Moment. Es sind noch ein paar, die getötet werden müssen. Soll es ja nicht heißen, dass wir noch... ...Kombinets übrig gelassen haben. Ne, ich habe auch gerade den einen, der doch... ...treu zu seinem eigentlichen Gott... ...ist getötet. Aus Prinzip. Also das passt schon. Ich kann mich ja auch noch einmischen. Ah ja. Ich bin auch noch mit Style dabei. Auch das wird gleich nicht mehr nötig sein. Sehr schön. Ich habe auch mitgemacht. Hm. Ich war dabei. Ich habe eine Ratze. Schön. Hier ist ein Schleifstein. Ich bin aber nichts. Ich bin bei den Privatgemächern der Priesterin. Mal gucken, ob es hier noch Loot gibt. Wann dann hier noch ein bisschen. Zum Beispiel ist doch ein schöner Thron. Kann man da noch irgendwas machen. Schade. Was tust du? Kann dann hier. Cool. Ich hatte gerade eine Sequenz deswegen. Okay. Und was für eine Sequenz? Ich habe hier nämlich... Ich habe hier nämlich... Keine Ahnung. Die Uga-Wache will irgendwas von mir. Ich habe hier mit dem Knoppen drauf. Ich würde mich nicht aufpassen. Ich wollte dich nicht aufpassen. Ich würde mich nicht aufpassen. Und werde mich einfach so... Ich würde mich aufhalten. Ich hab grad in einer Runde die Troll-Wache fertig gemacht. Okay. Mönche sind stark. Ich mach hier mal das Licht aus. Ein großes Prinzip. Kommst du noch in den Privatraum von der Priesterland? Gibt's da noch was? Ja. Okay, komm gleich. Einiges, vor allem auch dein tolles Nachtlied-Ritzel. Ich dachte da... Ich dachte wir machen erstmal noch einen kurzen Abstecher zum... ...zum Ruinenschrein. Achso, ja, können wir auch. Aber sonst... Aber dann können wir trotzdem hier erstmal alles lupen. Da drüben sind übrigens noch ein paar Komplenzen, die wir abgestatten können. Am Eingang. Ja, ja, da müssen wir gleich beim rausgehen. Warte. Hm. Ich komm gleich rüber. Ich muss hier noch was erledigen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich habe noch nichts. Na voll. Ich muss hier nochmal auf. Okay. Ich bin noch ein Bücher. Okay. Ich bin noch ein Bücher. das ist ein fahrnehmenswürf geschehen vertagt nicht immer das neue schriftvollerung schön diese kürze durch die tür zum zerstörten heiligtum jetzt kann ich dir was ganz jetzt kann ich dir was sehr lustiges zeigen moment zeig mir was lustiges hier geht es nach unten was gibt es da unten ich habe ehrlich gesagt keine ahnung vielleicht spinnen wollen wir jetzt mal zurück zum zu drehen schreien oder ist hier noch was zu bringen ich gehe jetzt erst mal hier runter und springe also ich bin gesprungen ich gucke mich jetzt hier unten oben viel spaß dabei höhlenausgang ich habe hier noch was gefunden ich auch ein paar riesen spinnen ich bin meine deutsche gesamten ankling ich gehe jetzt um sprdenkissen prdenkissen bis japan also in Ich hab mal das Bett der Priester zerstört. Oh, hier sind noch tolle Tränkler. Ich habe ein bisschen mit Spinnen geredet. Eine gute Taste hier schon. Hm? Eine gute Taste hier schon. Ja, zumindest das nützliche. Und hier ist das Rätsel. Dessen Lösung ich auch googeln musste. Ja, ich mach kurz die Eingangsgoblins noch fertig, dann können wir gehen. Warte auf mich. Ich komm auch dazu. Mit einer vereiste Tronweiche. Ja, die war ich. Ja, jetzt kommen die Spinnen. Äh, die Spinnen hätten dir übrigens auch bei deinem Raid aufs Lager helfen können. Mhm. Die kümmern sich nämlich ganz schön um, naja, Goblins. Sie gefällt uns. Progresso. Puhh! Zweit, und los! Anwesend. Wo steckt denn das da? Das ist aber ziemlich weit hinten. Jo, ich wollte ihn eigentlich heimlich reingehen lassen, aber... ...wir brauchen wir nichts. So viel dazu. Ein Vierschlag. Ach ne, Kampf raus springt nichts. Ach Mist. Ein bisschen näher und hätte... ...ranstürmen können. Einer weniger. Wo ist denn der dritte Bunde? Oh, wo oben? Ach, da oben ist er. Und da oben ist er. Und du denkst hier. Hm. Ach hier. Andere Seite. So neben dich. Dann haben wir das. Bist du guten? Es sind noch zwei. Oh. Wir sind jung. Ja, die beiden vergisst von mir. Wow. Efectiv. Efectiv. Gut. Ich werde mich mal hier hoch machen. Ich bezweifle, dass ich früh genug da sein werde. Und ich kann das hier machen. Ja. Ja. Ich weiß, dass das die Kosten wert ist. Erst bin ich auf meinem Weg. Da steht noch einer. Gut. Okay. Dann lass halt den unsichtbaren Quasiten nichts machen. Ich nehme die Truhe noch mit hier. Ne. Eine Fackel lohnt sich nicht. Ich bin schon draußen. Hast du Wurde befreit? Ach so, stimmt. Ja, haben wir. Dann war ich dabei. Hier kommt jetzt spannende Musik. Hier auch noch Gegner draußen. Eigentlich dürften hier keine mehr sein, oder? Das seien sind Undote geworden. Nur hier ist nichts mehr. Was ist da eigentlich drin? Na ja. Jetzt kannst du den Händler looten. Das hatte ich sowieso noch vor. Wenn ich wüsste, welcher davon das ist. Hier drüben. Und hier ist noch ein Gegner. Einer lebt hier noch. Was? Oben halt Pädel. Hier ist noch ein roter Fleck irgendwo. Ja, der... Ja. Okay, cool. Erledige ich kurz. Moment. Einer müsste hier noch sein. Brauchst ein Metallschild? Nein, ich trage keine Schilde. 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 Ein Schilde flammenden Faust. Ah, das schwächt meine Waffe so. So scheiße. Ja, weil du Zweihandkampf ausgewählt hast als deine Profession. Hm. Tja. Brennt jetzt hier ein bisschen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr wirklich. Ne, aber den einen Gegner oben mache ich noch fertig, bzw. lasse ich kurz von Gabel fertig machen. Die Vergifteten könnte... Hast du die Vergifteten schon gekündigt? Noch nicht. Oh, der hat eine Trommel. Ach, nee. Ah, da war der Gegner. Ich will jetzt auch einen Kampf mit ihm. Alles gut. Dafür braucht man doch nicht mal so viel Unterstützung. Hm. Dein Datum nur noch wenig dabei. Eine Feldrüstung. Ja, du kannst weiter... Ich trage keine Rüstung. Kann man verkaufen. Den Schrott, den ich hier mitgenommen habe, kann man gut verkaufen. Ja, das stimmt. Den Daumensbrecher habe ich noch mit dabei. Schieb dir mal ein paar Pfeile zu. Was hast du denn der Intellektuelle hier oben? Ja, die Pfeile nutze ich ganz gern. Uh, der trifft Rollen. Ne, ne. Du teuer... Wann nicht? Ich glaube, ich bin jetzt hier am Tag. Es ist hier, im Tag. Und dann Làm ich es jetzt zu essen. Letzten und da. Ich könnte hier etwas probieren. Jetzt über diese Uhrleiste. Wie viel fliegt denn diese Rüstung? Ich kann wirklich nicht viel tragen. Kann man die eigentlich nicht darauf trainieren? Also wenn die oft genug die Instrumente nutzen, dass die die irgendwann beherrschen oder? Nein. Aber warum kann ich das auf einmal? Nur weil ich mit der Bahrerin geredet habe oder wo liegt das? Kann ich das gerade auch machen lassen oder? Hättest du sie machen lassen können? Die Gesprächsoption ist vorbei. Wenn wir in 8.2 treffen wir die ja nochmal. So hast du hier alles können wir zum Dienstzug. Ja können wir. Und dann brauchen wir mal wahrscheinlich auch eine lange Rastbrett wieder. Auch wenn wir geheilt sind. Ja. Wenn alles gut läuft, müssten wir auch Level upen dann. Wir brauchen nicht mehr viel. Ja, es gibt vielleicht ein paar Erfahrungspunkte dafür, dass wir jetzt mit Tyson reden. Exakt, wir brauchen noch 102 Punkte. Mehr oder weniger. Ich bin auf dem Deckscreen. Äh, wo bin ich? Hä, was ist los? Okay, ich bin jetzt erst angekommen. Oh, wir können da werfen. Mhm. Wollen wir erstmal mit Tyson reden oder? Erst was gehen. Ich hole mir erstmal von Zephlor die Belohnung. Mach das. Nicht erreichbar. Was ist denn los, warum kann ich nicht mehr laufen? Da müssen wir noch ein großes Fest veranstalten. Was ist denn im Flickensack? Der Goblin-Leaderschaft hat gespeichert. Oh, nein. Die wollten doch zum Lager kommen. Das ist die Krone für dich. Wahnsinn. Wir können endlich loswerden. Aber jetzt müssen wir nicht mehr als Starrer kommen. Ja, ich schiebe dir gerade noch ein Pro-Hila-Item mit ins Inventar. Okay. Die Krone ist neu. Also dieses Gewei-Ding. Ich schiebe gerade mit Zephlor. Das war ein Grund. Okay, der ist jetzt ins Lager gekommen, oder was? Offensichtlich machen wir jetzt auch eine lange Rost. Hey. Jetzt startet die Party. Die besagte. Ich level up jetzt erstmal. Scheinbar habe ich ihn eingeladen. Mhm. Können wir da irgendwas machen? Also bei mir waren alle mies gelaufen. Wir konnten mit keinem irgendwie was machen. Oh, Voodoo ist da. Ich rede mal mit Voodoo. Oder wirst du das? Das würde ich ganz gerne machen. Ich bin nicht hier für Chit-Chats. Erst daran will auch reden. Chlava, tot, beleben. Ja, mach ich gleich. Oh, dafür breche ich jetzt nicht mit. Er ist backt. Schneesturm ist stark, ja. Aber bei, nicht so stark. Ich nehme Counterspell. So. Fuck it. Wolo wird ich nehmen und das Tarion muss ich nehmen. Warte noch, ich mache noch gerade auch einen Stufenaufstieg. Lass mich zugucken. Ja. Okay, Stufenaufstieg ist bei mir nichts so besonderes. Ich kann nur Zauber vorbereiten. Beistand im Moder zu nehmen. Ein Brandmarkendes Niederstrecken. Könnte auch hilfreich sein. Ja. Und spektakulär. Ich kann auch kurz gehen. Oh, sie hat jetzt Erbe von Avernus. Brandmarkendes Niederstrecken. Okay. Mhm. Das war... Das ging schnell. Pfff. None of that poetic stuff. Something like... Goblinssworn. Gut. Erstmal Volo. Bereit? So. Lass dir das auch rausnehmen. Noch nicht, aber... Kommt dann. Ich war gerade in die Zeit und in die letzten Erinnerungen zu beobachten. Mindflare, Kultisten. Und natürlich... Dein Findung ist mein Job, mein Freund. Wenn es etwas in der Welt wert ist, ich versuche dir... Ich versuche. Ich versuche. Ich bin praktisch ein Experte. Sie haben... Das stimmt. Ist er ein Ungefreit? Ist er ein Ungefreit? Ist er ein Ungefreit? Eine Replika? Keine Wahrheit. Aber wirklich faszinierend, zu sehen... Ein Blödsinn erzählen. Ist er ein Experte. Mhm. Ich habe selten wen getroffen, der mehr Blödsinn erzählt. Aber warum? Ist er wirklich ein Experte. Das ist ziemlich unmöglich. Ihr habt jetzt eine Cereomorphisierung gewonnen. Der Experte... spricht. Das ist unmöglich. Ich kann nicht an die Spezifiken beobachten, aber ich weiß auch, dass nicht lange nach der Insetzung der Host, das sei dir, sich in eine Mindflare. Ich bin ein Experte. Als es nicht eine Tentacke ist, auf deinem Kopf ist, ich kann nur sagen, dass du nicht getroffen hast. Sehr gut. Oh nein. Ja, komm, ja. Ja, komm, ja. Jetzt. Let's go. Während der Party. Ja. Während er wahrscheinlich auch noch besoffen ist. If I just... here in your eye, I could quickly... Oh, my dear, sweet, gods! If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars however. Give me a bit of time and I'll have this little issue sorted. Aha, doch noch. Oh. Gut. Ich hab was bekommen und ich bin überladen. Was wollen wir mit Elfira reden? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? No, not really. I'm not a judge. Wäre es mit Tapferkeit ein klassisches Thema? Habt ihr diesen Körper gesehen? Es wäre ein Verbrechen, um nichts zu besingen? Wirklich? Das ist das nur. Nicht mein Name. Wenn ein Lied hörer ist, ist euer Name verwirrt. Eine raunche Ballade kommt. Vielleicht sollten wir die Stadt vergessen. Vielleicht sollten wir die Stadt vergessen. Es ist ein Bett und ein Knochen für mich. Aber weg geht's, Master Ranger! ohne dich. Oh, unsere Leichen sind übrigens wieder da. Mhm. Kommt großartig bei dem fest. Warum kann ich grad nicht spielen? Wenn ich überladen bin. Ach, Papierers Krone. Ne, die werd ich bestimmt nicht anziehen. Guck dir an was sie tut. Weil sie potten hässlich aussieht. Das ist egal. Find ich nicht. Gut, dann lass ich aber wenig- Dann pack sie in die Truhe. Die ganzen Heil-Items. Vielleicht später, wenn wir doch Health in das Team nehmen, dann kann er viel heilen. Los, ruhe es. Ich mach mal ein bisschen Party. Natürlich zum Glück nicht. Obwohl, du musst zum Glück mit pfeifen. Ich habe das, danke. Ich habe da mal ein bisschen Vampirsex, ne? Aha. Ja. Ich denke, die Leute müssen von deinem Vampir 6 ab. Gibt es da was zu sehen? Später. Rundig kommt auch mit dazu. Ich habe übrigens recht, Winteres Zeug steht dem tatsächlich ziemlich gut. Ich habe Mühe. Ich habe Mühe. Ich habe auch Mühe. Ich habe ein paar extra Botteln gespürt. Wenn die Barrele zerbaut, bin ich da, um die Nacht zu schützen. Für einen Preis, natürlich. Ich habe erstmal schimmeligen Käse gegessen. Ich habe keinen Alkohol dabei. Hm. Äh, doch, ich habe dir eine Flasche Wein, äh, bzw. Feuerwasser in den Zementar. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Es war sehr dankbar. Dein Song kam aus. Dann begannen sich die Dinge zu schlafen. Wörter nicht. Ich werde es zuerst zurückkommen. Ich hoffe, ihr seht die Nacht, Hero. Ich sage mir, am liebsten. Hier ist noch eine Party, die wir machen müssen. Und vielleicht kriege ich noch was mit... Mit Heisen haben wir noch nicht geredet. Mit... mit Senf noch müssen wir noch reden. Doch, Heisen hatte ich schon. Ähm... Und ich würde mal gucken, ob ich mit Karnach noch was... Und wie redest du gerade? Was? Oh. 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 Ich mag dich auch. Ein viel. Ich bin sicher, dass du das von jetzt kennst. Oh Gott. Oh Gott. Du weißt, ich will das mehr als alles. Ich werde dich finden, wenn die anderen ins Bett gehen. Warte auf mich, okay? Okay, wir können schlafen gehen. Sofort. Yes! Wobei, wir können nicht mit... Ich habe gerade was mit Karnach angefangen. Ich habe jetzt nur eine schubste Sexziehen mit Karnach. Ah. Ich werde eventuell verbrennen daran. Dann haben wir beide ja eine. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. In der Zeit. Ich habe es so, was für mich. Es ist so, was. Dann. Oh Gott. Ich habe es so, was für mich. Ich habe es so, was für mich. Ich habe es so, was für mich. Na, ich bin gespannt. Im anderen, wann hatte ich... ...hate ich Glätsel? Jetzt werde ich hier mal mit Kala verbrennen. Hey, Soldat! Ich denke, dass alle im Schlaf sind. Kann ich? Hallo, du. Ich habe das ganze Nacht erwartet. Ist das nicht verrückt? Wie gut ist das Leben? Ich danke den Gästen. Ich hatte Angst, dass ich der einzige war. Zehn Jahre ist ein langes Zeit, um in der Hölle zu befestigen. Zehn Jahre ohne eine kinde Worte. Wenn ich dich schaue, ist es wieder wirklich. Nein, eher nicht so. Warum? Das darfst du nicht sehen. Es gibt auch keine Möglichkeiten, wie du es sonst noch sehen konntest. Das ist ganz geheim, ganz geheime Szene hier. Das soll keiner sehen. Das ist da ganz für mich allein. Sehr gut. Du kriegst ja einen zweiten Zuschauerinentscheid. Ist ja okay für die Statistik. Okay, jetzt habe ich nicht gelesen, was gefragt wird. Ähm. 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 Entschuldigung. Ach, verdammt. Nehmen das erste. Nehmen das erste. Nehmen das erste. Das habe ich genommen. Kam mich so gut an. Ich gebe nichts, um dich zu touchen, aber... Ich kann nicht. Es kann nicht. Wenn du etwas übermorgen gedacht hast, würde ich gerne wissen. Na. Für heute ist es genug, um zu wissen, dass du genug interessierst, um zu versuchen. Nein, was soll ich denn? Ich meine... Ich meine... Ich meine... Die kommt nicht... Wenn du da willst... Wenn du da kommst mit... Lass uns... Lass uns knattern... Jetzt dann... Dann... Dann sagt sie... Dann sagt sie... Lass uns dann... Lass uns doch mal drüber schlafen. Das ist da... Ich信, dass du dein Abend gefühlt hast? Nach all deinen Efforten... Es war gut verdient. Lass mal noch überleben. Es kann sein, vielleicht ein bisschen Zeit bevor du eine solche Nacht gefordert. Es ist viel zu tun. Okay, ich kann jetzt eventuell die Augen Sache machen, wenn du zu gucken möchtest. Ich bin gerade mit Tyson im Gespräch. Es ist kompliziert. Der Weg hat irgendwie was. Es ist extrem gefährlich. Wir haben die Quest abschließen, oder? Gut. Ich mache jetzt das Volo. Warte kurz. Ich skippe noch das mit Tyson durch. Ich bin gerade mit seiner Liebe. Ich bin gerade mit denen. Ich bin gerade mit ihm. Ich bin gerade mit ihm. Ich bin gerade mit ihm. Als erste Druid, Francesca aus der hohen Forst. Das ist eine Plage, nämlich die Anna. Ich bin glücklich, dass die Groven... Das ist, warum ich Francesca gewählt habe. Sie wird jetzt kontaktieren. Du bist nicht so in... So, da sind es geredet. Auf geht's. Danke, ich habe gerade herausgefunden, dass man anscheinend mit sehr vielen Charakteren einfach handeln kann. Gut. Jetzt. Lass dir deine Augen amputieren. Das Auge fliegt. Mit dem schönen Plop-Sound, hoffentlich. Meine Forschung hat eine ziemlich brillante Technik, die ziemlich aktuelle. Es ist nicht zu tief. Nur hinter dem Orbitat. Ich könnte eine Extraction versuchen. Ich habe eine Niedel in meiner Tunik, nachher. Oh, hoffentlich. Einmal durchziehen. Das ist eine sehr schade. Du bist hoffentlich. Das ist ein schade. Es ist eine sehr dünne. Du bist das. Das Ding ist auch noch rostig. Das Lustige ist, er glaubt, er hat das Pfeil, der hat den Sehnerv. Ich hoffe, er ist gegen Tetanus geimpft. Den Karata. Oh, oh, oh. Eisspickel. Eisspickel. Ach so, Scheiße. Niemand ist einverstanden, aber jetzt einfach machen. Ja. Ja, okay. Du siehst da ein bisschen blutig aus. Mhm. Ah. Es scheint eine Menge kosmische Dämpfe zu sein. Das ist so schön. Was darf es sein? zu realistisch vom lachen ich habe gerade vor lachen geheult und durch das lachen ist mir eine Wimper ins Auge, mein rechtes Auge tut gerade weh das ist gerade ein bisschen zu realistisch ich habe gerade eine Wimper im Auge die Tränen haben eine Wimper ins Auge gespült ich kann gerade auf dem rechten Auge nicht sehen, das ist gerade zu realistisch mach mal einfach ach, wie die Alien ist ach, scheiße, mein Auge gebrannt so realistisch wollte ich es nicht so realistisch so realistisch so realistisch so realistisch Hey mein Freund, ta! Ja, aber meins hat eine Geschichte. Ich habe einen angeblichen Baden in meinem Hirn rumstochen lassen. Noch eine Besuch von dem goldenen Paladin. Es hat gesagt, wir bekommen die Antworten, die wir über den Tadpole brauchen, wenn wir den Kult infiltrieren. Wahrscheinlich. Wenn du irgendwelche Ideen hast, bin ich dafür. Gib mir alles, was du hast. Ich warte. Wir müssen gerade noch abkühlen, unbedingt. Ach, ich habe hier noch eine Ratte, die ich noch ins Camp legen kann. Fällt da gar nicht auf. Oh, Heisen hat noch was. Wie geht es weiter mit bei ihm? Ja, apropos. Wollen wir eigentlich das Lager verlassen? Ne, ich würde mal Schluss machen, für heute ist nämlich schon gleich halb eins. Oh, na dann. Spät geworden. Können wir beim nächsten Mal noch um Schreien bei den Druinen weitermachen. Da gibt es glaube ich noch ein bisschen Story. Und danach können wir beim nächsten Mal ins Underdark gehen. Die Hexe fehlt noch. Die können wir auch noch machen. Ja, können wir. Dann vielleicht erst beim wenigsten streamen. Ins Underdark. Mal schauen, wie schnell es geht. Ja, das vermutlich. Wir werden sehen. Und was genau? Ich habe gerade den Ball geworfen. Ja, du hast auch noch einen Ring bekommen. Gerade von mir. Autsch. Mhm. Das hat Schaden gemacht. Das war auch ein Bronzebarren. Na toll. Ich habe gerade lange Rast gemacht. Das war mal oft damit. Hm. Ich habe gerade noch Zeit. Wacken darfst du? Wacken darfst du? Wacken darfst du mit mir. Ja, ich habe gerade Nacht. Na, dann machen wir mal Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020